Also es ist auf jeden Fall vibetechnisch was Eigenes. Also schon so ein bisschen. Das war so ein bisschen spacig und passt zu diesem Orbit-Thema. Aber ich muss ehrlich sagen, für eine erste Single nach so einer langen Wartezeit ist das ein bisschen unspektakulär, finde ich. Aber ich muss natürlich abwarten, wie das Ganze auf Video in voller Länge und in voller Länge wirkt. Und vor allem nicht über Handyaufnahmen. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Tucker. Und das ist der beste Podcast meines Lebens. Der beste Podcast meines Lebens. Yeah, yeah, yeah. Wir befinden uns in der 15. Folge des Podcasts und quatschen heute unter anderem über Shirin Davids neuen Song Shindis Dodi 2019. Ganze sechs Singles haben wir drin und über Takas Top 10 Alben 2018 werden wir auch reden. Was geht ab bei dir, Tucker? Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Bei dir selber auch. Ja, wie immer ein bisschen verschlafen. Die Leute checken gerade nicht, dass es eine veränderte Situation für uns ist. Wir sind zum ersten Mal in einem Raum. Yeah, ich bin ein Berliner. Ey, 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 ja. Mein Bruder hat mich in Berlin übers Wochenende besucht, was natürlich heißt, dass der Podcast diese Woche auch hier live on set ist. Ihr werdet uns trotzdem nicht sehen, weil die Situation einfach nicht irgendwie geil aussieht. Also richtig Podcast-mäßig. Deswegen machen wir das Ganze so, aber ich denke mal, vom Gesprächsablauf wird das technisch auf jeden Fall ein bisschen unkomplizierter sein. Ja, so sieht's aus. gestern Abend schön Fernseher geguckt. Wir haben es, also ich habe glaube ich schon Podcast schon mal gesagt, dass ich schon ziemlich lange kein Fernseher mehr geguckt habe, aber gestern war es wieder mal so, weil ja, DSDS gestartet hat. Naja, nee. Was sagst du? Kann man? Muss man? Nee, langweilig geworden. Also sowieso schon lange auch kein Fernseher mehr geguckt und jetzt durch DSDS mal guckt man am Anfang diese Phase, wo die Kobolde oder die Clowns mal kommen und dann ein bisschen lachen, aber gestern in der Folge, da gab es nichts zu lachen und sehr, sehr langweilig. Zu viel diese Shows da, wo die mal zeigen, wer hat jetzt Probleme in der Familie, wer hat das und das. Muss man alles nicht sehen. Ja, ich verstehe das ordentlich. Also ich habe gestern auch gemerkt, dass das Fernsehen voll veraltet ist und teilweise viel zu langsam erzählt ist. Also ich weiß nicht, wir haben, wir sind jetzt glaube ich alle so drauf geschult, dass wir alle spulen können, Pause drücken können und dies, das und das sind mir gestern sehr oft aufgefallen, weil oft wollte ich zu Fernbedienungen greifen und vorspulen oder sowas, aber es geht ja im Fernsehen nicht. Und das Schlimmste ist die Werbung natürlich. Katastrophe. Also ich gucke mir jetzt höchstens noch diese Ausschnitte auf YouTube an, aber sogar dafür habe ich kein Bock mehr, weil die Sendung war, naja, nee. Ja. Nee, 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 nee. Ja, ist eine bisschen magere Episode so von den Notizen, die ich mir alle aufgeschrieben habe, weil natürlich in der frühen Woche im Jahr 2019 noch nicht so viel geht. Deswegen haben wir hinten an nochmal die Top-Liste von Tucker gestellt, weil ich jetzt in der kommenden Woche auch meine Listen machen werde. Deswegen mal schauen, wie das Ganze längentechnisch ausarten wird. Aber ich würde mal sagen, ich starte mal direkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Lass loslegen. Dann starten wir mal mit dem ersten Block, welcher ja der Newsblock ist und wie immer starten wir mit den Charts, aber auch dort haben wir mit dem neuen Jahr eine kleine Veränderung. Leider liegen uns nicht so viele Informationen vor, da es zu einer Sache gekommen ist, zu der wir im Ablauf danach noch kommen werden. Also ich werde das Ganze noch erklären, aber kommen wir erst mal zu den Single Charts. Und dort haben wir als Neueinsteiger die 187 Straßenbande mit High Fish Nikes All Stars auf Platz Nummer 3 und Capita Bra mit Benzema ist von der 1 auf die 2 gerutscht. Was sagst du? Platz 3, 187 Straßenbande, war das so abzusehen oder ein bisschen unter den Erwartungen sogar, weil das Standing halt so krass von denen ist. Was sagst du? Also ich sage ganz einfach, habe ich mir schon gesagt, dass das irgendwie in der Top 3 Scharten wird, aber wie gesagt Capita Bra ist immer noch stark platziert auf der 2. Anscheinend wieder ist Lied immer noch gesuchtet, ey. Ich habe das gar nicht mehr auf mich eben schon sehr zu oft, also das Lied. Ne. Also ich höre das schon länger nicht mehr. Also nur an dem Release-Tag habe ich das gehört, aber jetzt, dass das immer noch so krass gepumpt wird. Nicht schlecht, Respekt. Ja, vor allem jetzt müsste es ja, in der Woche muss jetzt Benzema mehr gestreamt sein oder worden sein als Hi-Fish-Nikes in der ersten Woche, ne? Ja, das ist übel. Ja, das ist schon krass. Also ich finde Benzema ist auch kein, kann man sich Benzema öfter als Hi-Fish-Nikes Allstars anhören? Ja, wenn wir draußen so sommerlich hätten, dann wäre es bei mir eher so. Ja, stimmt. Aber jetzt, jetzt finden wir nicht eh auf den Trip, besser so richtiges Hip-Hop, also Flexen und so. Und das haben die 187er-Jungs ja richtig hingekommen. Mhm. Und Benzema ist ja gefühlt der fünfte Remix von Capita war. Ja, deswegen verwundert, dass er noch auch für zwei ist, aber wen sollen wir denn sonst jetzt noch außer den hören jetzt? Ja, stimmt auch wieder, weil in den letzten Wochen im Dezember wurde ja jetzt nichts großartig released, was den noch einhören könnte. Aber ich hätte gedacht, dass da ein Wechsel zustande kommt, wenn die 187er kommen. Vor allem im gesamten Team, also mit allem Mann. Keine Ahnung. Vielleicht 187 auch für zwei und Kapitalbrauch auf die E3. Ja, das wäre irgendwie so ein Bild, was ich mehr verstanden hätte als das jetzt. Aber ist krass, ja, Benzema ist nicht nur Kapitalbrauch-Hype, sondern ist halt eine Nummer, die seine Fans wirklich richtig tot hören anscheinend. Also weil von eins auf zwei ist jetzt auch nicht so ein krasser Abstieg. Ist so. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass in der schwachen Woche der nochmal auf die Eins kommt, also wenn die nächste Woche schwächer ist. Aber bleibt abzuwarten. Ansonsten habe ich bei den Single-Charts noch ein Update. Sido ist mit 1000 Tattoos von der Zwei auf die Vier runtergerutscht und bei den Album-Charts habe ich leider keine weiteren Updates, weil wir jetzt zum ersten News-Thema kommen. Denn mit dem 31.12.2018 bekamen wir die Nachricht, dass Viva, der Musiksender, eingestellt wird. Beziehungsweise jetzt muss man ja wurde sagen. Ist eine ziemlich traurige Geschichte, gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir mit der Einstellung jetzt auch nicht mehr die Chat-Informationen in voller Fülle haben und dementsprechend halt auch diesen Chat-Blog eventuell in Zukunft etwas magerer halten müssen. Was sagst du? Viva ist weg. Schmerzt es bei dir oder denkst du dir, ja, war abzusehen? War abzusehen, denke ich mal. Durch diese YouTube-Sachen und also die Videos gehen auch viele, glaube ich, gar nicht mehr drauf auf Viva. Gucken gar nicht mehr auf Viva. Und auch so Stars, ich denke nicht, dass sie unbedingt wollen, dass ihre Lieder in Viva gespielt werden. Das ist denen heutzutage, glaube ich, egal. Und ja, ob jetzt Viva da ist oder nicht, das interessiert mich nicht. Genau auch nicht. Halbsache wegen Links, wegen der Chart-Platzierung, dass man das nicht verfolgen kann. Das ist jetzt traurig. Aber habe ich mich schon gedacht, warum sollten die noch die Seite so noch aktualisieren, wenn die sowieso gar nicht mehr mit dem Kanal oder überhaupt mit dem Namen Viva überhaupt was anfangen. Aber wäre trotzdem chillig, wenn die die Internetseite mindestens noch hätten und irgendwie die Charts noch weiterführen würden. Aber das ist natürlich ein Minusgeschäft. Weil ich denke mal, die müssen da ein paar Geldsummen zahlen, damit die das machen dürfen. Aber na, ja, ist schade halt. Weil da stand wirklich immer die Top 100. Jetzt hat man immer nur Zugriff auf die Top 5 bei den offiziellen Charts und erst am Montag dann die volle Information über die Top 100. Also heißt, jetzt, wenn Montag die Episode raus ist, habt ihr wahrscheinlich mehr Informationen als wir. Und das ist natürlich mit der Taktung der Sendung ein bisschen filmig. Aber da kann ich nochmal hier die Side-Note machen, dass wir in Zukunft auch noch die Thresher-Lecher-Rubrik mit hier in den Podcast reinnehmen werden und dort unsere eigenen Top-Listen beziehungsweise unsere Charts besprechen werden. Und ja, weiteres dazu kommt dann in Zukunft. Ist aber auch traurig, gerade auch, wenn man Viva in Verbindung mit Deutschrap sieht, weil ich glaube, viele Anfangsschritte von Deutschrap sind dort auch gegangen worden, weil ich weiß, dass Mixery Raw Deluxe zum Beispiel da war und sowas oder auch TV im Generellen. TV Total hat, glaube ich, auch Viva gestartet und solche Sachen. Also da ist auf jeden Fall ein großes Stück Musik, Fernsehen oder Fernsehen im Generellen damit gestorben sozusagen. Aber daran sieht man schon, dass die Entwicklung ins Internet geht und nach und nach solche Sender aussterben, glaube ich. Und Viva ist da einer der kleineren Sender, deswegen war das auch abzusehen und keine Überraschung. Trotzdem Rest in Peace, Viva. Rest in Peace, Viva. 25 Jahre auf dem Namen. 25! Und mit diesen Worten gehen wir ins nächste News-Thema rein und thematisieren dort den Fakt, dass einige Rapper offline gehen, so wie es scheint. Okay, ich habe keine bessere Headline dazu gefunden, aber zwei Rapper, beziehungsweise ein Rapper und eine Rapperin sind auffälligerweise auf Instagram so vorgegangen, dass sie alles offline genommen haben, was sie in ihrer Timeline drin hatten. Darunter vielen Manuelsen und Juju. Und wir fragen uns natürlich jetzt an dieser Stelle, was hat es damit auf sich? Was meinst du? Karrierebanden. Rest in Peace, Viva, Ufu, 361. Kommt nichts mehr von denen. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, was die haben. Soll das so eine Masche sein, dass die ja wieder alle irgendwie Augen machen und sich dann, oh, diese Dings, dass die Augen machen und dann sich hoffen, ey, was ist jetzt los? Aber Juju? Warum? Ihr Album wird doch, es wurde doch ankündigt, dass das jetzt sowieso in den nächsten Monaten kommt. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum. Ja, Promo-Phase wahrscheinlich, ne? Ja, entweder wird das eine Promo-Phase sein, aber ich finde das jetzt unnötig so, dass man jetzt alle Bilder da rausnehmen muss und dann jetzt wieder eins da reinnimmt und keine Ahnung, was man das jetzt so wecken soll. Ja, eigentlich genau das, was es ausgelöst hat, weil die haben jetzt die Bilder offline genommen und jetzt reden wir drüber. Und jetzt sind die eigentlich, also vor allem Juju jetzt, davor hast du über Juju noch nicht geredet und jetzt, wo sie alles offline genommen hat, hat sie, ohne dass sie irgendwas großartig gemacht hat, ist sie zum Gesprächsthema geworden, weil die musste keine Single machen, gar nichts, aber ist jetzt hier bei uns drin, nur weil sie alles gelöscht hat. Also hat die ja eigentlich alles richtig gemacht gefühlt. Und wenn jetzt, ja genau, wenn jetzt halt mit diesem Fakt die erste Single kommt oder so, aber ich denke mal schon, dass in den nächsten Wochen irgendwas kommen wird, weil im Mai, glaube ich, ihr Album kommen soll. Oder März, irgendwie sowas. Ja. Und bei Manuel sind es halt der Beigeschmack mit der Chartplatzierung noch da mit drin. Ob der da ein bisschen sauer ist und keinen Bock mehr auf Social Media hat, aber er wollte ja eigentlich direkt MB5 nachschießen. Deswegen, was macht der da, Alter? Ich weiß nicht, ob er sogar jetzt ein Bild da gepostet hat sogar. Hat der? Ich glaube. Ja komm, gucken wir einfach mal. Irgendein Bild hat er da, glaube ich, gepostet, so unnötiges, glaube ich. Was heißt unnötig? Vielleicht hat das eine Bedeutung, aber ich glaube, ich habe es nicht gecheckt, wenn ich nicht falsch geguckt habe. Dann schauen wir mal. Manuelsen hat ein Bild gepostet. Ja, tatsächlich. Da ist halt ein schwarzes Bild. K-E-A. Ach, Kill'em All 2. Hashtag König im Schatten. Ja, also Kill'em All. Also kommt ja, wird doch nicht MB5, sondern Kill'em All 2. Also wird das wieder so ein Album auf die Fresse. Ja, er hat auch kein Profilbild. Also es scheint wohl so, dass Manuelsen sehr wütend ist und Kill'em All 2. Aber jetzt, wo er sich gerade mit Bushido und so vertragen hat, ist das dann überhaupt inhaltlich noch so interessant, wie es am Anfang war, zu der Zeit, wo er wirklich die heißesten Beefs am Laufen hatte? Das ist die Frage. Auf wen will er denn schießen jetzt? Ja, auf die Leute, die seine Box nicht gekauft haben anscheinend. Auf die Fans, die ihn verlassen haben anscheinend. Ja. Keine Ahnung. Also Fans, passt auf, duckt euch. Oder vielleicht irgendwelche Rapper, die das Album nicht geteilt haben oder sowas. Das gibt es ja auch manchmal. Solche Streitigkeiten kommen ja auch zustande. Weil überleg mal, Drake und Mick Mill haben sich gestritten, weil Drake das Mick Mill-Album nicht geteilt hat, als es rauskam. Obwohl er drauf war. Ja. Ja, kann zu Streitsachen kommen, wegen einem Nicht-Post. Ja, das ist 2019, muss ich jetzt sagen. Internet ist immer dann hier ausschlaggebend für sowas. Traurig, traurig. Aber mal gucken, ne? Killer Mall 2 klingt erstmal spannend. Für viele ist das ja das beste Manuelsen-Album. Für mich nicht. Bleibt MB 2010. Deswegen. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob mit dieser Wut, die da entstanden ist, dass wir musikalisch ein interessantes Paket bekommen. Jo. Jo. Dann wollen wir mal rüber ins nächste News-Thema reingehen und da haben wir die Schlagzeile, dass UFO361 angedeutcht hat. Ja. Er hat in der letzten Woche irgendwie davon gesprochen, dass er, falls ein Instagram-Profil mit dem Namen, wie hieß der Nummer, UFO kommt zurück oder UFO361 kommt zurück, eine Million Follower sammeln kann, dann kommt UFO361 zurück. Und dieses Video oder dieser Aufruf hat dafür gesorgt, dass er über Nacht oder das Profil über Nacht 100.000 Follower hatte und er das Ganze dann auf einmal doch zurückgenommen hat und meinte, ey, das war ein Joke. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich nur wegen Likes zurückkomme. Er wollte dort nur eine Instagram-Seite unterstützen. Ja. Mit der ganzen Sache sehe ich diese Sache rund um Rest in Peace UFO361 noch kritischer. Wie sieht es bei dir aus? Taka. Was sagen Sie dazu? Ja, der soll einfach ruhig bleiben, finde ich. Wenn er jetzt Rest in Peace gemacht hat, dann soll er halt seine Urlaubssachen und sowas posten oder teilen als Storys. Das ist kein Problem. Aber so jetzt wieder ein bisschen ADS-Move oder Aufmerksamkeit muss nicht sein. Weil wenn er zurückkommt, wird er eh zurückkommen oder dann soll er zurückkommen, aber nicht hier so jemanden oder welche Fans so wahr machen wegen Likes oder wie auch immer und danach am Ende sagen, seid ihr so blöd und so. Voll irrenütig. Ja, richtig, ey. Deswegen, ja, gibt es ja jetzt auch wieder, gibt es sowieso Gerüchte. Also hat angegeben, dass er als Kaiser kommt. Ah, ja. Hat er das jetzt eigentlich offiziell gesagt? Ja, ich glaube, der hat das letzte Woche gesagt oder irgendwie so der Kaiser kommt. Oh Mann, Alter. Das ist aber jetzt wirklich, damit hat er die ganze Aktion Kacke gemacht, finde ich. Also die war eh schon sehr fraglich und komisch. Aber wir waren ja schon langsam auf den Trip. Ey, ja, war doch gut, weil vielleicht in der heutigen Zeit muss man so Rest in Peace mäßig sagen, ich höre ganz auf und dann wieder zurückkommen. Aber jetzt macht er da durch solche kleinen Aktionen wieder alles kaputt, finde ich. Also noch kaputter, als es war. Weil jetzt macht er ungefähr genau das, was er vorher gemacht hat. Weil vorher hat er auch gesagt, Rest in Peace, Ufo, ich höre auf und das auch irgendwie zehnmal, bis er dann ganz weg war, oder? Ja, deswegen. Jetzt macht er auch wieder, ich komme zurück zehnmal, bis er dann wirklich zurückkommt. Also das ist richtig. Also das ist so jetzt der erste Moment, wo ich sage, jetzt wird wieder Ufo uninteressant für mich. Ja, also der muss einfach ruhig bleiben, finde ich. Und wenn er zurückkommt, soll er zurückkommen. Vor allem am besten einfach direkt mit Musik einfach. Ja, und der hat ja noch Zeit, kann noch länger, noch ein bisschen Zeit lassen. So jetzt, was war das jetzt wieder? Zwei Monate, oder? Da wo er dann wieder, ich komme zurück, chill doch einfach erstmal. Dieses Abschieds, bis Sommer geht sogar. Wann war denn dieses Abschiedskonzert? Boah, Oktober, November? Oktober, November, okay, warte mal, Rest in Peace, Ufo 361, Konzert, weil das ist doch nicht lang gewesen jetzt. Guck mal, am 7.11. haben sie darüber berichtet und es war, ja, am 6.11. dann. Also das ist, das ist ja gar nichts. Also das ist, das ist ja, ich droppe eine Single und dann kommt noch eine Single. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Ja. So eine Pause hast du, hä? Das ist jetzt wirklich schlecht, weil in meinem Kopf war das wirklich länger, die Pause und jetzt merkt man, so lang war das gar nicht. Das waren zwei, drei Monate nicht mal. Das ist ja nix, Alter. Also ich habe jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie noch weniger Bock auf Ufo, aber sobald die erste gute Single kommt, kann sich das wieder verändern. Hast du noch was zum Thema? Ufo 361, wie wie es wie, aber ey, genau, wenn er mit Kaiser zurückkommt mit dem Namen, finde ich das genau falsch, wie wir das gesagt haben, wegen, eigentlich die Marke Ufo 361 ist halt, die steht da und Ufo 361 ist auch ein viel besserer Name als Kaiser. Ja, Kaiser ist scheiße. Ja, nenn dich Kaiser und bei Spotify und so, da bist du, Kaiser Wilhelm. Ja, kannst du da nicht voll viele Künstler geben mit dem Namen Kaiser? Bestimmt, und auch so in Google oder so, gib mal Kaiser ein, Alter, was kommt da alles, ey? Ja, Kaiser Wilhelm, der 15. Kaiser, die ist Kaiser, das hier, Ufo 361, da gibt es nur Ufo 361. Vor allem mit der Zahl noch, die Combo, weißt du, das ist, aber ich finde auch, der Name an sich ist so eine Marke, daraus kann man viel machen und das ist so, alleine dieses Logo von ihm mit dieser Strichliste, kennst du das? Ja. Voll geil so, solche Sachen kann man mit dem Namen machen, aber mit Kaiser, was willst du da machen? Ich sehe nicht mal die Verbindung zwischen dem Künstler und dem Namen Kaiser und in der heutigen Zeit ist das ja eh voll wichtig, wie man heißt, noch wichtiger fast als früher wegen den ganzen Algorithmen und Internet, die ist das, wie du wo gelistet wirst und ich glaube, mit Ufo 361 hat man da bessere Chancen als Kaiser, deswegen da Namensänderung mach mal lieber nicht, aber ist ja auch deine Sache, ey. Wollen wir weitergehen? Jo, weiter geht's. Dann gehen wir mal weiter ins nächste Thema und da haben wir wieder den Shindy und Dodi, was auch immer das ist, 2019 Januar. Ein Instagram-Profil mit dem Namen, ich muss mal näher rangehen gerade, Wittner, nee, das ist VLTNA, hatte ein Foto gepostet mit einem T-Shirt mit der Aufschrift Shindy Dodi Januar 2019 und alle spekulieren natürlich, dass das der Albumtitel oder ein Titel einer Single ist oder irgendetwas auf jeden Fall, was Shindy im Januar 2019 releasen wird. Das Bild hatte zum Screenshot-Zeitpunkt gar nicht mal so viele Likes und das Profil kennt man nicht, deswegen ist das wahrscheinlich irgendeine Privatperson, vielleicht aus dem Umkreis von Shindy, aber genaueres genaueres wissen wir einfach nicht, deswegen müssen wir hier erst einmal spekulieren, aber was sagst du dazu und was tippst du, was ist dieses Dodi 2019 und meinst du, es ist echt oder irgendein Fan hat sich da was überlegt und wollte damit was starten? Boah, ich dachte auch erst einmal gerade, es kann einfach irgendein Fan gewesen sein, der ein T-Shirt-Aufdruck gemacht hat und mit Shindy Dodi schiebt 2019 und damit der irgendwelche Likes gelangt, weil alle darauf warten, dass etwas von Shindy kommt, aber wer weiß, ob das jetzt irgendein enger Bekannter oder weiß, was ich von Shindy ist und der weiß, dass einfach 2019 jetzt die erste Single gedroppt wie zum Album, deswegen, Shindy lässt uns immer noch, also haltet uns noch warm. Aber er macht das ja noch nicht mal selber, das sind ja irgendwelche Leute, aber das ist schon, wenn das geplant ist, sind das schon schlauere Sachen, die er macht, weil das hat richtig sowas Amerikanisches halt, das ist so, oh, eine Information liegt, ein Kollege, der ein Foto macht, was eigentlich nur privat gemeint ist und so, weißt du, das sind so eigentlich Sachen, die macht man so in Amerika oder die kommen in Amerika so raus, deswegen kann ich es mir eigentlich auch vorstellen, dass das echt sein könnte, will da aber natürlich nicht sicher gehen, weil im Internetzeitalter ist natürlich alles möglich, aber das sieht schon, also das T-Shirt an sich und die Aufschrift sieht irgendwie billig aus, also es sieht nicht aus wie official Merchandise von ihm. Nee, eigentlich voll billig. Ja, richtig so, eigentlich, ich glaube, das ist sogar Arial Black, so diese Standard-Schriftweite Dings bei Word, aber da sind halt so Etiketten drauf mit dem Shindy-Logo und sowas, deswegen, keine Ahnung, wenn nicht, dann haben sie es gut, aber auch irgendwie nicht gut gemacht, aber es bleibt abzuwarten, mal schauen. Was könnte denn Dodi heißen? Also es sagt mir so vom Wort gar nichts. Dodi. Ich kenne Dodo, kennst du noch Dodo? Dodo sagt mir, Dodo war doch dieses, ach, irgendeine Super-HTL-Sendung mit einem Vogel, keine Ahnung. Wenn ich Dodi bei Google eingebe, zeigte er mir als erstes einen Franzosen an. Ist also ein Name. Schindy-Produzent. Ja, also, Dodi Al-Fayed, ist das irgendwas, was zu Shindy passen könnte? Ein ägyptischer Filmproduzent und Unternehmer, vielleicht so geldmäßig. Erstes Single, äh, Shindy, ich bin Dodi, Geld, dies, das, Krimskrams, kann ja sein, ich weiß nicht, Dodi ist auch eine Ortschaft im Ghana. Also, ja, also so erklärt sich nicht viel, aber wenn ich jetzt so einen großen Unternehmer da drin sehe, vielleicht versucht er, Shindy jetzt neue Trends zu setzen und rappt jetzt den nächsten großen Namen, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, Dodi 2019, mal gucken, spätestens Ende Januar 2019 wissen wir mehr, ja? Ja, wenn es kein Fake-Dings ist. Ja, wenn es, ja, stimmt, vielleicht kommt im Januar ja gar nichts raus. Kommt gar nichts raus. Es war ein Fake, ja, also bleibt abzuwarten, ob im Januar was kommt, wenn was kommt, wissen wir hier, diese Instagram hat das geleakt vorher. Gehen wir zum allerletzten News-Thema und dort haben wir eine erste Track-Preview aus dem Hause Shirin Davids. Sie hat ja schon seit mehreren Jahren angekündigt, dass ein Album ansteht, also mehrere Jahre, vielleicht nicht, letztes Jahr wussten wir, nee, eigentlich seitdem sie bei DSDS war, wussten wir, dass ein Album ansteht. Und gestern haben wir auf Instagram eine Hörprobe zu hören bekommen. Und über diese Hörprobe können wir jetzt in diesem Themenblock sprechen. Orbit heißt der Song und sie hat auch mit diesem Hörbeispiel auch gleich gedroppt, dass das Album im Januar noch kommen soll. Du hast dir das Ganze auch reingezogen. Was sagst du vom Ersteindruck? Ist das eine erste Single, die einiges reißen könnte? Ich glaube, bei Shirin David, egal was für eine Single, die, glaube ich, rausbringt, alle warten drauf. Nicht alle, aber die meisten, weil... Hype. Hype, Hype. Mit Instagram oder sonstiges, alles, was die für einen Hype hat. Deswegen, erste Single, die rauskommt von ihr, wird das auf jeden Fall erstmal gut angesehen werden, denke ich mal. Ja, und Orbit-Titel ist ja Dings, halten wir letztens erst mit Colin, Orbit. Orbit. Das war ja das Intro vom Monument, aber sie macht da natürlich eine andere Nummer draus. Das ist eine autotunige Nummer mit einem sehr spacigen Beat, der sogar fast so in Richtung Cloud-Rap geht, was ja irgendwie schon verloren gegangen ist, gefühlt. Also es ist auf jeden Fall vibetechnisch was Eigenes. Also schon so ein bisschen, ne? Also das war so ein bisschen spacig und passt so mit diesem Orbit-Thema, aber ich muss ehrlich sagen, für eine erste Single, nach so einer langen Wartezeit, ist das ein bisschen unspektakulär, finde ich. Aber ich muss natürlich abwarten, wie das Ganze auf Video in voller Länge und in voller Länge wirkt und vor allem nicht über Handyaufnahme, aber das ist so der erste Eindruck. Ich glaube, das ist als erstes Single zu unspektakulär ein bisschen. Wollen wir mal gucken? Ja, ich warte einfach ab, wenn es richtig rausgeht. Ich habe das gehört bei Instagram, ich dachte jetzt so, okay, das war, der erste Eindruck war so ein Okay-Track, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber es war so halt genau so performt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Ja, ich auch. Wenn sie ein Album macht, also wie es klingen soll, da kam nichts Überraschendes. Das war ungefähr genau das, was ich gedacht hätte und auch, ja, also es ging voll klar und ich habe auch in den Kommentaren direkt gesehen, oh mein Gott, Shirin David featuring Loredana, das wäre so geil und als ich das gehört und gesehen habe, diesen Auszug, musste ich auch direkt an sie denken. Auch stimmlich gibt es da eine Parallele, finde ich. Wer weiß, vielleicht sie auf dem Album drauf und interessant ist an der Stelle auch nochmal die Kommentarsektion abzuchecken, denn sie hat da reichlich Props bekommen, auch von Rappern, auch sehr renommierten Rappern, also okay, Pietro Lombardi an erster Stelle ist natürlich kein Rapper, aber er hat die, er hat die Props gegeben. Dann gab es Props von Samra, Millionär, Casey Rebel, Summer Jam, Jamule, Sinanji und Chima Ede, also da sind auf jeden Fall einige Rapper, die das co-signen und über diese Props könnte man sich auch irgendwie zusammenbasteln, dass die vereinzelten Rapper eventuell sogar auf dem Album sein werden. Also mich würde nicht überraschen, wenn ein Summer Jam auf ein Shirin David Album ist, oder? Ne. Das würde auch passen so, also vor allem mit dem Hörbeispiel, da hätte auch Summer Jam noch eine Strophe rappen können. Ja, und Casey Rebel auch. Mhm. Bei Samra denke ich mal nicht. Mhm. Millionär auch nicht. Ja. Sinanji? Äh, ne, das ist Sinanjis Statuslevel mäßig, muss man ehrlich sagen, einfach, macht das keinen Sinn. Es sei denn, sie machen eine Dogs of Berlin Staffel 2 Single. Ne, Jamule denke ich auch nicht. Ne. Ja, Pietro Lombardi, da könnte man denken, wegen DSDS, ist Pietro Lombardi da auch in der Jury, Shirin David war auch in der Jury. Stimmt, die sind ja jetzt Kollegen. Einfach nur phänomenal, phänomenal. Ja, deswegen gucken wir mal, ob da ein Feature, Feature entstehen wird. Gucken wir mal, nee. Gucken wir mal, ich bin gespannt, auf jeden Fall, denke ich mal, dass nächste Woche die Single kommen wird. also ich denke, wenn jetzt, äh, 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 dieses Hörbeispiel rauskommt, wird dann bestimmt am Freitag die Single gedroppt. Eventuell auch mit Video. Ich bin gespannt. Und wer weiß, vielleicht werde ich da noch mal richtig von den Hocker gerissen, wenn das Video auf einmal so High Budget mäßig, millionenmäßig krass, dies, das und dein Eindruck dadurch verstärkt wird. Wer weiß, bleibt abzuwarten. Mal gucken, immer. Ja, man, Million, 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 Million Dollar Smile. Million Dollar Smile. Yes, dann gehen wir mal einfach mal direkt zu den Releases rüber und können dort feststellen, was für eine magere Woche wir haben. Wir haben nur sechs Singles diese Woche gehabt, die wir jetzt besprechen werden und an erster Stelle haben wir Kapo und Nemo aka Kapimo featuring Juyo mit Lambo Diablo GT Remix und an der Stelle kommt dann natürlich auch die Verkündung beziehungsweise die Nachricht, dass sie mit dem Originalsong Lambo Diablo GT Platin gegangen sind. Platin, ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass mit den Neuerungen es weniger wird mit Platin und sowas, aber es kommt immer noch zu diesen ganzen Platin-Auszeichnungen, deswegen großes Glückwunsch an dieser Stelle an Kapo und Nemo, die da vor Album-Release nochmal so eine große Auszeichnung kriegen. Ja, man, das ist richtig krass, Platin für die Nummer, aber so an sich, ich fand die Nummer damals ja schon fresh, also ich habe die mir auch oft angehört, von einem Kapo-Album war das ja. Ja, Alles auf Rot, sehr gutes Album. Und das Album fand ich eigentlich interessant und jetzt haben die halt nur ein Remix gemacht mit Juju. Der Part von Juju, finde ich, ist eine okay. Ist ihre Art, so wie die auch webt, ne? Ja, aber man merkt direkt, warum die auf die zugekommen sind, oder? Also es hat voll Sinn gemacht, für ein Remix Juju zu nehmen. Ja. Aber die könnten auch eigentlich nur auch gehen, nehmen. Ja, die hätten beide nehmen. Beide gepasst. Sixen einfach, ne? Sixen, einer von den Sixen hätte gepasst. Ja. Das hat gepasst, auf jeden Fall. Ja, und es bleibt trotzdem bei Fresh, ne? Die Nummer ist sowieso, wenn du das so dann anmachst, dann kann man sich das trotzdem noch ansehen. Ja, immer noch, die hat sich gehalten. Ich kann mir den Shrek immer noch anhören, sehr gut produziert. Dieses Go, can't go, boys. Es ist einfach auch sehr gut geschrieben. Und ja, Scarface hat Köpfe gefickt. Ist wirklich chillig. Lambo, Diablo, GT. Ja, auf jeden Fall. Fresh Nummer, würde ich mal sagen. Ja, auch für den Remix fresh. Aber ich finde, die hätten da jetzt mit der Platinauszeichnung vielleicht ein Video machen können. Vor allem mit Juju. Mit Juju. Ja, und die dann nochmal pushen. Ich weiß nicht, wie es da labeltechnisch aussieht, weil da wird natürlich Juju übelst von gewinnen. Und die hätten da eigentlich nichts von so. Aber hat die aus der Aktion ja sowieso. Das ist ja ein guter Promostart. Also ein Video wäre geil gewesen und vor allem bei dem Titel hätte man da was Schönes machen können. Aber wie gesagt, der Track ist für mich auch fresh. 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 She signed it. Ah ja, wir gehen weiter zur nächsten Single. Da war King Khalil mit der nächsten Single aus dem BTK-Album namens Push. Push. Und das ist jetzt, also es gab Singles, die habe ich solide gefunden zu seinem Album, aber das ist jetzt eine Single, die fand ich jetzt, ach, muss ich mir nicht geben. Ist mir jetzt auch nicht so hängen geblieben, dass ich direkt weiß, wie es ging. Push, push. Push, push. Push, push. So irgendwie. dran, dass ich mir das Lied nochmal anhören will. Irgendwie nicht. Irgendwas hängen geblieben davon, nur außer dieses Push, Push. Nein, ist keine Single, die man so unbedingt rausbringen können muss. Unbedingt, finde ich, weil der hat ja schon zwei, drei Singles, die ich so eh nicht anhören kann. Ja, und vor allem auch so spät noch. Also, ich weiß nicht, der hat irgendwie schon interessante Singles gemacht, die mit Lilano und so zum Beispiel. Ja. Aber zum Beispiel jetzt Push, Push als Single hat er eigentlich schon gemacht. Also davor schon. Ein anderer Track war so wie Push, Push. Deswegen weiß ich auch nicht, warum das jetzt nochmal ein Video geworden ist, weil der Track auch nicht so prickelnd ist und er da wieder so wirkt, wie zu der Zeit, wo ich den noch so raptechnisch ein bisschen komisch fand. Also der rappt aber jetzt auch nicht so krass bei dem Track, finde ich leider. Aber ja, ich wäre da so wie du, glaube ich, auf Lech mit einer Tendenz zu okay, weil der Beat, glaube ich, ganz okay war. Ja, der Beat war okay. Das ist immer der größte Diss bei den Rappern, wenn du sagst, wow, der Beat ballert. Der Beat ist gut. Der Beat ballert, ja, ja. Ja, aber es ist leider sehr oft so halt. In der aktuellen Zeit, da jetzt alles so soundorientiert ist, ist das natürlich sehr naheliegend. Aber jetzt bei der Nummer, Beat ist eigentlich ganz solide. Wollen wir weitergehen? Jo, gehen wir mal weiter, ne. Dann gehen wir weiter zu der nächsten Single. Diese ist von Nico Nuevo featuring Alex Seych und Sami und Titel ist Medusa. Sehr weibige Nummer mit viel Gesang, also eher R'n'B mit einem Rap-Feature als umgekehrt. Deswegen auch voll mein Bier eigentlich. Und Nico Nuevo kann das Ganze sehr solide stemmen. Was sagst du? Ja, ich finde die Nummer eigentlich ganz fresh. Alex Seych kam gut eigentlich auch auf den Track, fand ich. Hast du ja auch gehört, ne? Ja, fand ich auf jeden Fall chillig. Sami hat dazu drauf gepasst. Das ist sein Bereich. Sein Feld. Ist so. Ja, und deswegen die Nummer hört sich gut an. Ich würde da auf jeden Fall ein fresh geben. Ja, ich teile da auf jeden Fall deine Meinung. Ich finde auch nice. Die Hook ist chillig. Alles reimt sich auf Medusa natürlich. Aber kommt gut. Der Beat ist geil produziert. Alex Seych perfekt gewähltes Feature. Und auch Sami ist stimmenmäßig da bei der Nummer auch auffällig gut. Weil ich ja oft immer anmerke, wie dünn seine Stimme teilweise rüberkommt. Bei der Nummer hat es voll gut funktioniert und der harmoniert gut mit Nico. Also da war am Anfang sogar so ein Moment, wo ich so dachte, warte, wann ist wer dran? Und das spricht schon dafür, dass er da stimmlich gut neben Nico Nuevo noch steht. Deswegen da an dieser Stelle auf jeden Fall ein gutes Fresh für die Nummer Medusa. Geiler Beat. Fresh, fresh. Und gehen wir mal zu diesem Joker Bra. Ja, Capita Bra hat sein alter Ego ausgepackt und die neue Single rausgehauen, sich wieder Zöpfe gebunden und ein neues Musikvideo zu Lecker Lecker gedreht. Und da habe ich erst mal so, während ich den Track gecheckt habe, auch die Kommentare gecheckt und gemerkt, der wird ganz schön gehatet. Für diese Joker Bra Aktion hätte ich nicht gedacht, weil das merkt man halt beim Like und Dislike Dingens gar nicht. Aber kommen wir erst mal zum Track. Was sagst du zu Lecker Lecker? Lecker Lecker. Und findest du, es gibt eine klare Linie zwischen Capita Bra und Joker Bra. Lecker 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 Joker Bra oder Capita Bra Ne Jetzt hat er extra sich jetzt extra so Joker also eine Person nach dem Motto Joker Bra der jetzt irgendwie Psychosen oder was sagt er? Psychosen oder Suizidgefährder keine Ahnung was der ist. Auf jeden Fall spielt er jetzt sozusagen einen kranken Charakter. Dann kann er so froh sein. Der hat ja sogar noch einen Instagram Account aufgemacht mit dem Namen Joker Bra. Das war auch noch in der Woche. Und jetzt sozusagen kann er für sich dann mit Joker Bra einen Charakter spielen und mit Capita Bra kann er einen Charakter spielen. Sozusagen Capita Bra ist jetzt derjenige, der bei EGJ ist und andere Tricks macht als Joker Bra, der Kranke von ihm. Aber findest du das ist auch so? Nein, ich finde es eigentlich nicht, weil ob Joker Bra oder Capita Bra da sind so viele Songs, die sich gleich anhören und du dann nicht mal unbedingt den Unterschied rausmerken kannst außer von ein paar Stellen, wenn er mal wenn er sein krank ist. So nach dem Motto wie Joker von Batman. Und die Zöpfe jetzt sind jetzt äußerlich halt so eine Sache. Aber zum Beispiel jetzt wenn wir den Disney gegen Flair, war das jetzt Joker Bra oder Capita Bra? Eigentlich weil das war ja das war jetzt nicht von EGJ hochgeladen. Nee, ja. War auf dem Joker Bra und ich weiß nicht, ob da jetzt stand Joker Bra oder Capita Bra. Da stand Capita Bra auf jeden Fall, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Joker Bra, glaube ich. Ja, weil der macht das ja schon äh er hat das jetzt sozusagen letzte Woche offiziell gemacht, das Joker Bra, aber es laufen ja schon ein paar Tracks auf Joker Bra. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher der erste war. Er ist sechs oder so. Nein, das war viel später. Aber auf jeden Fall das ist glaube ich erst der zweite Track mit dem Namen Joker Bra vorne und deswegen keine Ahnung. Also aber der Dis-Track gegen Flair, wenn man es so sieht, ist eigentlich so die sparte Dings Joker Bra. Ja. Und eigentlich alles, was auf dem Joker Bra Kanal ist, müsste eigentlich unter dem Namen Joker Bra sein. Außer diese Emo-Rap-Tracks und die, weil ich verstehe das nicht, weil wenn er das so deutlich machen will, muss er das klarer auch machen. Und auch wirklich ganz andere Tracks machen teilweise, weil dieser Lecker-Lecker-Song klingt wie nur noch Gucci eigentlich. Wieder die Hook, nur dass er die anders performt, aber ich weiß nicht. Aber ich fand die Nummer jetzt nicht unterirdisch oder so. Das ist auf jeden Fall ein Okay mit einem Tendenz zu Lech, aber wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe es jetzt gerade nebenbei, wo wir da alles vorbereitet haben, noch gehört, aber ich kann mir das nicht geben. Für mich ist das ein Lech. Joker Bra, lecker, lecker. Lech für mich. Lecker, lecker. Lech, lecker. In den Parts gab es irgendwie glaube ich ein paar Sachen, aber ich kann die jetzt nicht mal aufrufen. Die Nummer ist jetzt auf jeden Fall nicht Müll, Müll, sodass ich auf jeden Fall safe Lech sage, deswegen sage ich okay mit einer Tendenz zu Lech für lecker, lecker. Aber in den Kommentaren steht es wirklich vermehrt so, dass diese Leute wünschten, er hätte diesen Joker Bra nie gemacht und ist wieder der alte Kappi. die merken auch die Veränderung und man sieht auch, dass er da mit seinem Lifestyle keine großen Veränderungen macht, sondern sich seiner Linie treu bleibt. Ja, man. Auf jeden Linie treu bleibt. Er sorgt einfach auch, dass er noch mehr Klicks und die regeln mich so täglich oder so kriegt er. Ehrlich. Mit seinem eigenen Challenge und jetzt mit Instagram neue Profile und so. Jetzt kann er mit auf zwei Hochzeiten tanzen sozusagen, aber er ist halt die eine Person. Aber da muss man auch aufpassen, dass der, ach nee, jetzt gehe ich glaube ich zu weit. Nee, aber obwohl, doch ja, wenn das dann irgendwann mit dem Konsum so weit geht, dass er da die Realität dann auch irgendwie dann, also weißt du, irgendwann kann es ja so weit kommen, dass er die zwei Persönlichkeiten wirklich so getrennt sieht, dass er noch verrückter darin wird, aber mal gucken. Ist ja auch Künstler, ne, vielleicht ist das auch einfach so ein Künstlerling. Wollen wir weiter zur nächsten Single gehen? Dann gehen wir mal zu der nächsten Single und da haben wir den Favourite Featuring Raff 45 und Fett C, nein, es ist nicht Raff Camorra mit alles Promo. Favourite hat ein neues Video gedroppt am einen, war das am 31. oder der ersten? Irgendwie sowas. 31. Das haben wir hier mit reingenommen und fragen uns da, was zum Teufel da mit ihm da abgeht. Und diese zwei anderen Rap-Kollegen sind scheinbar seine Label-Kollegen und es sieht so aus, als würden die dem nächsten Label-Sampler an den Start bringen, wenn man einigen Zeilen aus dem Rap-Track glaubt. Was sagst du zu dem Track Alles Promo von Favourite und Co.? Also die Co., also Raff 45 und Fetzi, die hörten sich auf jeden Fall an wie so Kollegen von ihm, die jetzt erst angefangen haben zu rappen, werden das erst mal gerade auf dem Takt zu rappen und ein paar Haus-Maus-Reime. Ja, erst mal das und Favourite hat sich, finde ich, auch verschlechtert mit seinen Tracks, also mit seinem Texten schreiben, finde ich, weil bei dem Track fand ich, kam nichts Besonderes rüber und irgendwie auch schlechter als davor, wie auch bei seinem Disc-Track, also bis jetzt diese zwei Tracks, die enttäuschen, sehr, 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 deswegen, Alter, anstatt, dass er von Safe mit weg geht und jetzt richtig mit einem Boom wieder zurückkehrt, ja, macht er sich selber einfach kaputt. Ich verstehe die Feature gestern und nicht, also die Kollegen klingen wirklich so wie Anfänger, also als ob, wie du gesagt hast, als ob das Kollegen sind, wo er sagt, komm, wollt ihr auch rappen? Das ist ein Doppelreim, das, das, schreibt mal irgendwas und dann rappen die das halt ein und auch Favourite klingt überhaupt nicht nice auf dem Beat, der hat da sehr viele Flow-Ausfälle und sowas und, nee, ich bin da raus, ich glaube, ich gebe mir sein Album nicht mehr, aber jetzt wirklich, das muss man sich nicht geben, wenn er so komische Aktionen macht und halt auch musikalisch so schlecht wird, warum soll ich mir dann sein Album ernähren? Das muss man nicht. Ich, ja, ich höre trotzdem sein Album, mal gucken, was das für andere Tracks sind, aber das Ding ist, was sagen wir heute so, ich verstehe das nicht, was der da rausbringt, ich verstehe das nicht. Ist auch unnustig. Aber wer will jetzt auch, hier, diese zwei, okay, das sind bestimmt seine Homies, aber wer würde denn jetzt oder überhaupt mit dem Feature machen wollen? Keiner, wirklich jetzt nach der Cousin-Avash-Aktion gibt es keinen, der jetzt noch ein Favourite Feature machen würde. Vor allem, keiner gewinnt mit einem Favourite Feature, außer er ist kleiner als er und welcher Rapper ist kleiner als er? Viele Rapper, aber die kennt man halt nicht. Ja, keiner würde mit dem jetzt mal ein Feature machen. Der hat reingeschissen. Ich glaube nicht mal er, war der nicht auch von der Cousin-Avash-Fan? Keine Ahnung. Ja, eigentlich schon, doch, keiner mehr. Schlecht einfach, schlecht für jeden, der jetzt ein Feature macht mit Favourite. Katastrophe. Wir haben gestern erst Der Beweis Remix gesehen, nee, Der Beweis Mammut Remix. Ja, da war ja Favourite auch mit drauf, habe ich voll vergessen. Ich dachte, die hatten nur den Track auf Anasho. War das der? Ja, dieses wunderschöner Tag, du weißt noch, der Track wurde, das ist ein wunderschöner Tag, der war ein geiler Track. Dann disst er den auf einmal und danach sagt er, war ja nur Spaß und in dem Track selbst sagt er auch, ah, die Presse macht so und so über mich und früher hat er es auch noch geschafft, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen und lustig zu sein. Das war überhaupt nicht lustig, was er mit dem Track gemacht hat, deswegen Lech. Lech. Auch von dir, ne? Ja, auf jeden Lech. Und mit dem Lech gehen wir weiter zu der nächsten und letzten Single, die kommt vom Hotel featuring AC 520 und Double Sie mit FDP, was wahrscheinlich für Fick die Polizei steht. Das ist eine Single aus der Arrivé-EP, wie hieß die nochmal? Depart oder so, ne? Depart-EP. Genau, da, wo er seine ganzen Kollegen und Bantus gefeatured hat und das hat er jetzt oder diesen Track hat er jetzt auf Video verewigt. Was sagst du zu FDP? Fuck! Fuck! Alle müssen wir auch! Ich gucke das quick! Ich kann das jetzt kriegen! Ja, ja, Mortel an sich finde ich, er ist ein starker Künstler. Ich finde das auch gut, dass er seine Homies so pusht. Finde ich nicht schlecht, aber, weil ich das jetzt so gerade beobachte, seine Phase so, so, dass er so erstmal so ganz viele Klicks hatte mit Tracks mit Azad und so und dann als er sein Arrivé-Album rausgebracht hat, dann wurden die Klicks sehr, 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 sehr schwach. Nach dem Motto so, dass viele den gar nicht auf dem Schirm haben. War Pablo die erste Single von Arrivé? Ja, und das hat ihr bis jetzt glaube ich vielleicht, ich weiß nicht, ob das 100.000 hat. Kann man ja kurz gucken und das, was ich damit sagen will, dass so welche Tracks vielleicht den auch ein bisschen gefährden könnten. Das, was er jetzt... Also weißt du, mit so kleineren Künstlern meinst du, ne? Ja, könnte sein. Er könnte den eher runterziehen. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Kann er ja rausbringen, aber ich meine so, er hat sich selbst noch nicht so hoch gebaut und jetzt versucht er jetzt so welche mit aufzubauen von seinen Leuten. Ist ja nicht schlimm, aber das könnte einem auch ein bisschen schaden, weil dann denkt man sich so, ich gucke mir diesen Clip an, dann kann man nicht ernst nehmen oder muss man nicht ernst nehmen, weil er an sich, an seinem Part ist nicht schlecht, Motel, aber war jetzt nicht so einer der besten Parts von ihm, finde ich. Also sein Part würde ich auf jeden Fall so ein Okay geben, aber die restlichen von seinen Jungs hören sich an wie halt Standard-Rapper, würde ich mal sagen. So, die haben jetzt nicht so was besonders rausgehauen von Textlichen her, außer halt die Stimmlage und sowas, das fand man vielleicht so wiedererkennungswert. Ja. So dieses Fuck! I'm going to send the filter hoch! Ich gucke das Schmack! Ich gucke das Greg! So, nicht mal Tonidimäßig, aber fast. Aber schon Tonidimäßig, ja, doch stimmt, ja. So. Fuck! Fuck! Ja doch, aber anders halt, ne? Anders halt und halt Bantus, ne? Kongolesische Jungs so, ne? Finde ich auch stark, aber den ganzen, den ganzen Track würde ich, glaube ich, so ein, äh, Lech zur Tendenz okay oder okay zur Tendenz, Lech, aber bleiben wir mal so, ne? Okay Tendenz Lech. Ja, also als ich den Track auf der EP gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass dazu jemals ein Video rauskommt, aber, ja, wie du sagst, ich feiere die Aktion, dass er die, äh, pusht und sowas, aber du hast komplett recht, weil er müsste sich da erstmal auf sich fokussieren und dementsprechend sich erstmal aufbauen und dann andere hochzuziehen, weil, ja, das war zum Beispiel auch eine Sache, die hat Manuelsen immer geschadet, hat man immer gesagt. Damals schon mal, als er bei Deluxe Records war und so, hat man denen gesagt, so, ja, konzentrier dich auf dich und so und der war ja immer konzentriert darin, PA und Casey immer hochzuziehen und hat da, glaube ich, sogar die Ansage von Sammy bekommen, ey, weg mit denen, wir machen jetzt dich erstmal und dann war das, glaube ich, sogar der Moment, wo sich Manuelsen und Sam mit Deluxe gestritten haben und der meinte, was, das sind meine Jungs und so und da ist er dann abgehauen von Deluxe. Also, das ist jetzt nur so ein Beispiel aus der Geschichte, warum Manuelsen so lange am Start ist beispielsweise und vielleicht nicht da ist, wo er mit seinem Level sein könnte, so, ne. Deswegen da vielleicht nur als, ach, wenn wir überhaupt Tipps geben könnten, aber so als Mortell so erstmal, aber geil, dass er hier auch kleinere Rappers supportet aus seiner Umgebung und vor allem mit so einer Bonus-EP, das ist richtig geil, das kann man auch machen. Machst ein Album und machst dann so für deine Jungs diese EP, das ist 100% abgenickt, aber dann, wenn das halt als Video dann ausgekoppelt wird, ist das wieder was anderes. Ach ja, wegen Pablo habe ich gerade geguckt, 240.000 Klicks nach neun Monaten und für mich ist Pablo ein Hit, der müsste millionenweise geklickt werden. Das ist halt das Traurige, aber wie auch immer, ich finde den Track okay, also ich finde den vor allem interessant, weil das halt interessante Charakter sind, die AC 520 und Double Geschichte, vor allem der Fuck, Fuck, das ist so ein Rapper, den findest du nicht nochmal in Deutschland, vor allem in der Form so, also in dem Paket so, deswegen auf jeden Fall ist das so ein okay Track und ja, Hardcore-Trap ist das glaube ich, so diese richtige Drill-Music. Ich habe ein bisschen Popo, ich habe ein bisschen Popo, diese Raps leben auf jeden Fall überhaupt nicht von den Texten, die sind wirklich teilweise sehr banal einfach, aber das sind halt Charaktere, die interessant sind und hier und da halt unterhaltsam sind, wie man dem Fuck, Fuck merkt, auf jeden Fall lustig, alleine deswegen schon ein Okay und Daumen hoch für die Supportaktion vom Hotel, und jetzt wäre der Moment gekommen, wenn wir, in dem wir zu den Alben-Mix-Saps und EPs kommen würden, aber wir haben in der ersten Januarwoche natürlich keine Releases diesbezüglich, die wir auf dem Schirm hatten. Wir hätten eventuell nächste Woche Cool Dose 11. Stock Sounds 2, dieses Album wurde aber auf den 1. Februar verschoben, deswegen haben wir auch nächste Woche kein großes Release-Album-Technisch. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal gucken, wie wir die Sendung nochmal füllen werden, weil ich glaube, Release-Technisch wird die Anfangszeit im Jahr eventuell immer, also so in dem Rahmen sein und damit wir das Programm auch vollkriegen, kommen wir dann mit so Sondersachen, denke ich, so wie diese Woche mit der Top 10 von Taka bezüglich der Alben der Alben 2018. Wollen wir direkt mal da rüber gehen, weil wir haben ja jetzt auch keine Zuschauerfragen, aber ich möchte hier trotzdem nochmal den Aufruf starten. Ah, ja, stimmt, 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 stimmt. Das hatte ich ja nicht erwähnt. Ich hatte einen Instagram-Story-Post gemacht, in dem ich euch nach Fragen gefragt habe, weil wir unter der letzten Ausgabe keine Fragen hatten, die wir zu beantworten haben. Deswegen gehe ich jetzt in Instagram rein, aber sollen wir nicht erst deine Top 10 machen und deine Fragen? Ja, wollen wir machen. Ja, ne? Dann sammeln wir mehr. Ja, genau. Da sind schon welche dabei, aber wer weiß, vielleicht kommen noch mehr rein, und bevor wir zweimal reingehen, machen wir erst mal die Top 10 und dann machen wir alles in einem. Kurz vor Aufnahme haben wir spontan gesagt, komm, Taka, stell doch mal deine Top 10 Alben 2018 zusammen und die haben wir hier fertiggestellt, beziehungsweise hat er hier fertiggestellt und ich denke mal, wir gehen erst einmal von Platz 10 bis Platz 1 und bevor wir Platz 1 besprechen, gehen wir noch mal deine Honorable Mentions durch, also die Alben durch, die du eventuell noch reingenommen hättest, die aber dann im Auswahlverfahren rausgefallen sind. Jo, können wir machen. Dann starten wir momentan das Top 10 Alben 2018 und fragen dich mal, was hast du denn auf Platz Nummer 10? Auf die Schnelle, wie wir es jetzt so durchgeguckt haben, ist mir sofort auf die Platz 10 eingefallen, nehmen wir den Acker aus der Kontrolle mit XY. Da haben wir sogar auch schon mit dem Podcast gestartet und da habe ich dann schon eigentlich meine Bewertung abgegeben, dass ich das auf jeden Fall fresh fand. Aber wirklich so, dass aus dem Jahr so rausgestochen ist, weil es ist relativ spät rausgekommen, im November. Ja, aber ich habe ja erwähnt, dass ich viele Tracks von dem Album rausgenommen habe, die ich bis jetzt höre, plus ich das dass mich das gewundert hat, wie er auf einmal mit den Zeilen, mit seinem Flow spielen konnte und wie er halt wie ein neuer Künstler halt da steht, weil das hört sich echt so an, als hätte jemand seine Texte geschrieben. Aber obwohl man es bis jetzt noch nicht weiß oder manche haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass es ein Kollege von ihm oder so was ist, der seine Texte geschrieben hat oder so, dass man das sogar mitbekommen hat. Und deswegen würde ich durch seine Steigerung, durch das ich viele Lieder von dem Album noch feiere und auch wenn das jetzt so ein bisschen später rauskommt, aber würde ich das für die Top 10 auf jeden Fall auf den 10. Platz setzen. Stabil. AK außer Kontrolle XY auf deinen Platz Nummer 10. Prominenz, Investment, Vision, Bang Bang und so. Bang Bang. Bang Bang. Das war doch das die erste Folge, oder? Ja, ich glaube, erste oder zweite Folge. Alle erste, glaube ich sogar. Da kam Bang Bang raus. Ja, siehst du, haben wir nochmal hier vererwicht in deiner Top 10. Was hast du denn auf Platz Nummer 9? Platz Nummer 9 habe ich Haze, die Zwielicht LP. kam auch Anfang des Jahres ein bisschen raus, Februar, März oder so. Ja, warte, ich schau mal hier. Ja, 16. Februar, ganz Anfang. Das habe ich sogar noch tief in den Kopf. Also, ja, alte Schule, bei mir passt sowas. Ich bin auch von der alten Schule. Er hat das ganze Album schön verpackt, oder was ist das für LP oder Mixtape oder wie auch. Ich glaube, das war ein richtiges Album, auf jeden Fall Weichweich, dann Shrek mit Bossa gab es da drauf und dann auch mit Mortel, glaube ich, war da auch ein Shrek, oder? Ne, ich glaube, Mortel war nicht drauf. Achso, Mortel war nicht drauf. Isiono war chillig, der Fluch-Shrek ist heftig. Ja, Fluch, genau. Fluch, ja, da gab es genug Shreks, ich weiß noch. Sido war auch drauf. Sido war drauf. NAPE 7.50. Da war doch Dings. Amar? Ja, Amar war auch drauf. Ich fand das Album auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich fand Becher und Blunt und Fluch am besten auf jedem auf dem Album. Heftige Tracks sind das. Ja, Fluch, Fluch habe ich ja sogar auch in die Playlist mit reingenommen. Das war der beste Track, fand ich auf dem Album. Ja, der ballert. Obwohl die Mische, die variierte auf dem Album so übertrieben krass, aber das hat mit den Beats auf jeden Fall Flavor und Dings-Charakter. Deswegen geht das auf jeden Fall klar. Aber ja, Top-Album, ne? Top-Album für mich auf jeden Fall. Also musste ich auf jeden Fall in die Top-Ten, ey. Ja, Mann. Was hast du denn auf Platz Nummer 8? Nummer 8 habe ich ein Album drauf gepackt, die viele nicht auf dem Schirm hatten oder darüber wurde das letzte Jahr kaum gesprochen. Und das war Manuel Elsen und Michael O. Mit New Jack City New Jack City Ja, dieses Album Michael O. Manuel Elsen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geile Texte. Einfach auch einfach so Oldschool-mäßig New York City nach dem Motto richtig Oldschool-Zeit war das. Und ja, auf jeden Fall so Themen Ach, Themen sag ich, so Track so wie Easy zum Beispiel. Da wurde ganz locker auch mit zwei von den Bantus O.T.W. und Kammer einfach schön über den Beat rappen ohne Chorus außerhalb wo das Easy, Easy, Easy nach dem Motto so das was wir rappen wird einfach locker weg oder easy gemacht. Ich glaube das Album ist auch so locker aus dem Ärmel geschüttelt gewesen. Die haben das voll schnell gemacht. Da war ein Twitter-Post mit einem Foto auf einmal zwei Monate später das Album da. Das war schon krass. Auf jeden Fall sehr krasses Album für mich auf jeden Fall für 1010. Schlag-Alarm! Also Platz 8 New Jack City von Manuel Elsen und Michael O. Sorry. Wen haben wir denn auf Platz Nummer 6? Äh, 7. Nummer 7 habe ich den Mortel mit dem Album Arrivé draufgepackt. Auch ein Album was nicht so hoch gepusht wurde oder überhaupt gar nicht gepusht wurde. Ach ja, genau, an der Stelle kann man ja nochmal erwähnen. In der letzten Ausgabe, wo wir den Jahresrückblick gemacht haben, haben ja vermehrt Leute in den Kommentaren geschrieben, dass wir da Fehlinformationen rausgegeben haben mit der Platzierung von Arrivé. Das stimmt, aber wir sind da ja auch in der Sendung selber noch auf den Trichter gekommen. Im späteren Verlauf merkt man da auch, dass wir da dann realisiert haben, dass Arrivé auf 38 gechartet ist. Richtig. Ja, ich fand das Album auf jeden Fall richtig gut. Juni-Album, Juni-Release. Ja, Debüt-Album, ne? Ja. Für ein geiles Leben sind wir Das beste Album-Cover 2018. Ja, finde ich auch. Der hat das krasseste Covers. Rakeil, das Mixtape. Ich finde das Rakeil-Cover sogar noch besser. Hatte auch ein krasses Cover. Und auch zu dem Album, das Intro, wo er da einfach draußen, so ein Video draußen in so im Schnee mit dem weißen Auto. Und mit seinem weißen Outfit. Und er kommt so ganz rüber, so als Schwarzer. War auch richtig krass. Weil da habe ich gedacht, guck mal, was für ein krasses Intro. Wie die da so Arbeit reinstecken für das Album. Geld vor allem. Ja, und dann kam Pablo auch raus. War auch für mich sofort eigentlich ein Hit. Ja, und die anderen Tracks, ich fand da keinen Track Lash auf dem Album. Und da sind so Künstler drauf wie Saphir, Paradox, hat geballert, Haze und Amar, da haben die auch vor zwei Wochen oder so ein Video jetzt rausgebracht. Gib Gas, gib Gas. Ja, auf jeden Fall. Freshes Album sollte sich jeder, der gerne Hip-Hop hört, so sich reinziehen, 2010, Mortel Arrivé auf Platz 7 von Taka, auf jeden Fall. Ey. Wen haben sie denn auf Platz Nummero 6? 6 habe ich ein ballerndes Track Album, äh, Track, sag ich, Trap Album von den Animus Beast Mode 3 auf die Fresse Album. Ja. Balle. Auf jeden Fall ein Album, das richtig nach vorne geht. Auch ein langes Album sehe ich gerade, 19 Tracks, Alter. Aber hat er gut verpackt in dem Sinne, dass es gefühlt kürzer ist, als es, also, kommt gefühlt kürzer rüber, weil jedes Album, also er hat das auf jeden Fall richtig gut drauf mit dem Trap, auf die Fresse Rap, richtig gutes Album auch zum Fitness. Mhm. Holt die ganze Motivation raus und du denkst dann wirklich so, boah, ich kann, schaff noch zwei, drei Stück, obwohl deine Arme schon am Zittern sind oder sowas. Ist wirklich so, boah, im Gym ist heftig. So, und dann noch so Künstler so drauf, so Gentleman. Boah, der Track ist übelst. Zwei Schüsse. Jo. Mit Azat auf einen Track auch eigentlich ein sehr, sehr, sehr große Dings. Mhm. Hit, also ein Hit-Single. Das ist auch so eine Single, glaube ich, wenn ich, wie Top 10 Single oder Top 20, da werdet ihr auch mit dabei bestimmt. Mhm. Bei Top 20 oder so werdet ihr auf jeden Fall dabei. So, und, äh, war Dings noch drauf? Mojo Party Hook bei Stärkste Mensch. der Stärkste Mensch auch. Geiler Track. Shadow, hast du schon gesagt? Shadow auch, Eisen und Fleisch, sehr, sehr geil. Ja, Wie das nach vorne geht, da hat Shadow auch einen geilen Part hinterlegt. Mhm. Richtig geil. Eisen und Fleisch, Eisen und Fleisch. Ja, auf jeden Fall. Krass Album, Push this, Animus, Be Smoke 3. Be Smoke 3. Auf der 6. Wen haben sie denn? Wen haben sie denn? Haben sie denn? Auf Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5. habe ich Lenz Butters, nein, Lenz Butters. Jetzt mal Butter bei die Fische. Butter bei Fische, mit dem Album Angst. Ey. Ey, ein anderes Album zum Beispiel, also die ersten Alben sind ganz was anderes als Angst. Von ihm jetzt meinst du, ne? Ja, also Dings, auch so Dings Angst, deprimierendes Album, grau, dunkel, dreckig, aber geil. Ja, Mann. Sehr, sehr geil. Muss man Geschmack für haben, würde ich auch mal sagen, aber ich habe den schon vorher schon gefeiert, wie bei den Podcasts haben wir auch drüber gesprochen, bei VBT habe ich den schon verwandelt, habe ich den schon gefeiert, weil er halt für sich alleine steht und ein großes Wiedererkennungswert hat, weil er damals auch immer hier, ähm, ein Double Rhyme Kritiker war, Rassist ist so, da habe ich schon gedacht, der bringt wenigstens so, der achtet nicht drauf, wie man rappt, in dem Sinne, man muss jetzt das Kettenreim haben, das, das, das muss man haben, um ein Rapper zu sein, sondern egal, wie du was rüberbringst, auch wenn es ein Rhyme ist oder zwei, egal, Rap ist hip, das ist Rap, das ist Hip-Hop, und ja, Angst, auf jeden Fall ein Album, was ich auf die fünf Sätze für bei 2018, Wen haben sie denn auf Platz Nummer 4? Nummer 4 Easy Easy Da weiß doch jeder, was ich damit meine Summer Jam mit Endstufe Casanova Ja, da sind ganz viele Hits von 2018 vertreten, würde ich sagen Auf jeden Fall Und auch so Sachen wie 200 Düsen Boah, ist der Entry Da sind so Tracks drauf, die hat jeder sofort auf dem Schirm Und das ist echt Vielleicht hat er das jetzt nicht so nach dem Motto, wenn du sagst Endstufe, du weißt sofort eigentlich, was für Lieder da drin sind Der hat das jetzt aber so konzeptmäßig nicht gut gedacht, finde ich um das zu kritisieren, aber zu viele Hits zu viele Sachen, die ballern Ja, irgendwie kein Album Verlauf drin, aber trotzdem so ein geiles Album Aber trotzdem sehr, sehr geiles Album Nur Hits Was sind das? Molo, Doff Chinchilla Warte Ja, hier Ich trage den Chinchilla Pelz Alles Hits, Alter Da war auch Capital Bra gut, ey Da auf den Track Casey Webber hat da einen geilen Part hin gelegt Ja, Mann Ja Hier, Molotow mit Rafka Mora Killer Ey Elias mit NMM Killer Santorini war auch geil Ey, zu viele Hits Alles vorbei Follow me Das Album ist zu stark Ja Also für mich auf jeden Fall auf Platz Oh, wen haben sie denn auf Platz 3? Ja, 3 habe ich Monument gepackt Von Kolle Weil ich seine Dings einfach zu krass finde Seine Schreibweise Seine Skills Er hat das Album gut verpackt Er hat Auf wirklich Obwohl er so viele Texte geschrieben hat Oder Alben jetzt gebracht hat Hat er das trotzdem wieder Auf eine der höchsten Niveau rausgebracht Also Er ist auf jeden Fall ein heftiger Textschreiber Die Beats waren ganz okay Ja Also was soll ich dazu sagen Die Beats waren geil, Mann Ja, die waren geil Sorry Hier, dieser A-Rap-Music hat er auf jeden Fall abgerissen Ja, und auch viele Tracks Habe ich einfach aus dem Album rausgenommen Und ja Welches Album Hattest du eigentlich einen Lieblings-Track beim Album? Gospel? Ah, nee, Gospel war nicht so deins, oder? Das erste Mal war auch richtig geil Psichu auch mit Fahrrad-Bang ist geil Dings Boss Moves Oder wie hieß der nochmal? Boss Moves ist heftig Boss Moves Und Hier Royal ist heftig Ja Royal 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 Auf jeden Fall, ja Kollegah mit Monument auf die 3 3 So, kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2 Wir nähern uns der 1 Und da haben sie wen? Bones MC und Raph Kamara 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 Mit Palmen aus Plastik 2 Jetzt werden welche sagen So, nee, voll nicht bestimmt Oder so, nee, keine Ahnung Aber bei mir ist das so Weil Das Album kann ich rauf und runter hören Das wird mich auch Lange nicht stören Das Album mir anzuhören Zu viele Hits drin 500 PS Prominent Boah, zu viel Nummer unterdrückt Kokai Ja, Mann Ey, ich hab zu viele Lieder zu oft gehört Und die kann ich immer noch hören Für alle meine Fehler werde ich früher oder später bezahlen Richtig ein Risiko Oh MDMA Richtig, ja, MDMA auch Zu viele Hits auf jeden Fall Zu viele Waffen in Videoclips Ja Ja, Mann, ey, ist schon ein krasses Album, ne? Aber hat sich bei dir dann auch also so lange gehalten? Seit Oktober released Und heute hörst du noch alle Tracks wahrscheinlich, ne? Außer Intro natürlich Ja, ich kann mir die ganzen Tracks immer... Also ich hab keinen Track bis jetzt Da, wo ich sage, boah, kann ich nicht mehr hören Kein einziger Track Und ich hab das ganze Album richtig oft gehört Get all the trash and to see me nicht Ja, man Ey, MDMA Obwohl, doch, hörst du auch noch Kriminella Ja, Kriminella Mama süd, mein Gesicht in der Zeitung Kriminella Kriminella Ey, 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 ey Kriminella Hab ne Fernseh unten in meinem Keller Ey, und bevor wir zu deiner Nummer 1 kommen Hab ich ja gesagt, kannst du ja nochmal die Alben aufzählen Die fast in deine 10 reingekommen wären Aber da die Platzierungen natürlich begrenzt sind Sind die rausgefallen Welche Alben sind das? Ja, die rausgefallen sind Sind Marvin Game mit Hydrated Ja, diese Mixtape Mixtape sehr, sehr gut gewesen Obwohl er meist über das eine Thema spricht, aber Ist ja halt ein Mixtape mit einem Thema Geil, 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 geil Jeder Track anders verpackt Aber hat es leider nicht in meine Top 10 geschafft Bowser mit Power Bowser Üy, auch ein sehr frühes Album, ne? Oder Mixtape Sehr frühes Album Und da, weil ich noch viele Alben Ach, weil ich noch ein paar Tracks von dem Album auf dem Schirm hab Stimmbuch Ja, und ich fand das Mixtape eigentlich nicht schlecht Aber hat es leider auch nicht geschafft Dann Side und Brink Sinatra Mit Mit Hack Auch leider nicht geschafft Sehr gutes Ding Ja, ich weiß das Brutal Ja, ich weiß das Brutal So, und Motrip und alias Mohamed Ali hat es leider auch nicht geschafft Da bin ich überrascht, weil du bist ja ein Motrip-Fan Motrip hat doch gegen Ende des Jahres ein Album gedroppt und es ist nicht in deiner Top-Liste Da jetzt die Frage Warum? Warum ist dieses Mohamed Ali Album nicht in deiner Top-Liste? Warum? Nein, nein, weil Und zum Beispiel hinter einem Album wie AK außer Kontrolle XY Wer ja dann Ja, bei AK außer Kontrolle zum Beispiel ist das so Ich hab den vorher Vorher nicht so gefeiert Ja, genau Und er hat sich gesteigert und das ist jetzt so umgekehrt Und er hat das jetzt so geschafft, dass ich ein paar Tracks oder viele Tracks jetzt öfters hören kann Und das jetzt als Beispiel bei Motrip alias Motrip, ich bin ein Fan von ihm Er hat so viele Hits für mich gemacht Und jetzt hat er ein Kollabo-Album gemacht Ich hab seine Interviews geguckt Oder deren Interviews geguckt, wo die gesagt haben, das wird das beste Album Und ich hab mich auf irgendwas sozusagen draufgesetzt, wo ich dachte, boah krass, das wird heftig No Homo Ja, No Homo Das wird heftig Und dann hat mich das leider enttäuscht In dem Sinne nicht, dass das heißt, die haben jetzt scheiße gewappt oder sowas Sondern die haben es nicht Die Masslatte ist so hoch, dass die es nicht geschafft haben, mich da drauf zu bleiben Auf diese Masslatte No Homo So und das Ding ist, für mich ist das leider nicht das beste Kollabo-Album im Deutschrap Es ist aber auch irgendwie nicht mal so Wenn man sich so darüber unterhalten würde, was sind die besten Kollabo-Alben in Deutschland Das wird glaube ich nicht so direkt genannt werden Leider nicht Leider nicht Weil es verfliegt jetzt schon und es ist im Dezember rausgekommen Das ist ja das Traurige Und ja, und das Ding ist, ich hab zum Beispiel ein paar Tracks, die sind gut da auf dem Album Lyrisch sind die auch heftig Immer noch, ja Aber irgendwie hab ich so von dem Album jetzt keinen Track mehr so rausgenommen, dass ich auch dann noch hören will So die Singles so zum Beispiel Feuerwehrmann Feuerwehrmann und Oh mein, Oh mein Und diese Tracks kann ich gefühlt jetzt irgendwie nicht mehr so in meiner Playliste so hören Ich bin ja nicht leben wie die Beatles Ja, weil, ich weiß nicht, voll komisch gefühlt Wir sagen einfach ja Überset die schon oder so, schon, so schnell Ich weiß nicht, was das ist, aber deswegen konnte ich das leider nicht in die Top Ten nehmen Ich glaub, das liegt auch viel daran, dass das Album im Dezember gekommen ist und die Wochen davor nur Singles gekommen sind die ganze Zeit Und wir quasi das Album schon tot gehört haben Und jetzt schon keinen Bock mehr haben, das quasi in die Top-Liste reinzunehmen Wie es in meiner Liste aussieht, werdet ihr übrigens in die Woche erfahren Ich verrate dazu natürlich nichts Es kann natürlich sein, dass Motrip und Alias in meiner Top-Liste sind und ich hier so tue Deswegen lasst euch hier nicht beirren Dann kommen wir doch mal zu deiner Nummer 1 Ich glaub, einige unter euch können das schon richtig schätzen und wissen es schon Aber was ist deine Nummer 1 im Jahre 2018 in Sachen Album? Die Nummer 1 ist Beat Hight Mit Dingens, wie hieß das eigentlich überhaupt? Aids Ja, Aids, genau Aids Royale oder was? Ja, Mann Da hab ich letztens übrigens Kommentar gelesen Ja, vorhin haben wir das gelesen Da hat einer geschrieben irgendwie Das war heftig Clickbait mit seinem Album-Cover zu Aids Royale Also da dachte einer wirklich, dass Sido auf dem Album sein wird Und dann war es nur die EP Das heißt, die Nummer 1 von Beat Hight war vielleicht auch so mit so einem kleinen Trick So nachdem man hat, ey, ihr kauft ein Sido-Produkt Eiskalt Ja, Mann, aber hat er raffiniert gemacht, ne? Mal gucken, ob er die 1 mit Agro Swing holen wird Yeah, ja, ja Der Promo anbietet Agro Swing Ja, Mann Aber kommen wir mal zu deiner Nummer 1 Wenn er wirklich Nummer 1 ist Jesus mit Wolke 7 Wish, Wish Wish, Wish Nummer 1, bestes Album 2018 Eindeutig Wolke 7 von Jesus Hat sich dann wohl verdammt gut gehalten Ist im Mai herausgekommen Ja, sehr, sehr krass, Alter Aber hat doch übertrieben lange Promophase, ne, das Album Ja Deswegen noch krasser, weil wir haben War das, warte mal, guck mal Wir haben, warum, was hast du gedacht Über Nacht gab's schon Drück, Drück gab's schon Und Was Erlebt gab's schon Ja, was Erlebt Ja Und das Album kam Voll spät Und wir hören das jetzt noch Ja Und das ist eigentlich vom Verhältnis mehr Äh, vom Verhältnis Viel mehr Tracks haben wir vorher gehört Als zum Beispiel bei Motrip und Alias Auf jeden Das heißt ja schon was, ne Ja Krass Nummer 1, Wolke 7, Jesus Krasse Sache Hast du ein Favorit auf dem Album Oder sind alle gleich Halftime ist heftig Halftime Ja, Mann Zwischen Lieder und Kokain Das ist mein Leben, wo, ne Ja, Mann Ich glaube, mein Lieblingstrack ist der Titeltrack Titeltrack und neuer Tag Neues Drama Halftime, Alter Ob sie mich hassen oder lieben Über Nacht Ja Ja, ja Wir haben's geschafft Meinst du, das wird ein Klassiker? Also was wird eher ein Klassiker? Wolke 7 oder Ebbe und Flut? Oder ist Ebbe und Flut schon ein Klassiker? Wer weiß, ne Kann ja auch sein Ich glaube, Wolke 7 wird eher ein Klassiker Ja Ich denke, ja Ich denke, ja Aber du musst überlegen Ebbe und Flut hat CL500 Und Ebbe und Flut mit Ratao und so, ne Ja, Mann Ebbe und Flut ist auch schon Ist vielleicht schon sogar ein Klassiker Ja, das ist glaube ich schon ein Klassiker Ja, Ebbe und Flut ist schon ein Klassiker Neuzeit Klassiker haben wir mit Ebbe und Flut schon Und ich glaube, mit Wolke 7 Wird das ähnlich sein Allein wegen den Boxaktionen und dies, das und Krimskrams Ich höre auf zu reden, bevor ich noch irgendwas spoilern werde Ähm Und würde sagen Wir kommen jetzt zu den Fragen Die ihr mir hier fleißig auf Instagram gestellt habt Ihr müsst natürlich da auch verstehen Dass ich nicht jede Frage beantworten kann Und wir auch dementsprechend Die Fragen in einem anderen Tempo eventuell Beantworten werden Und nicht wirklich tief reingehen Aber wir versuchen wirklich alle zu beantworten Weil ich glaube, übertrieben viel ist es nicht Ah, das kriegen wir hin Das sind so 10 Dinger oder so Kriegen wir hin Äh, da haben wir Äh, ich gehe mal erstmal rein Bevor ich irgendwas nehme hier Äh, da haben wir Jo, wir lesen einfach mal live vor und gucken mal Ne Da haben wir G-S-T-R-N-W-S-K Äh, er schreibt folgendes Jo, was geht? Findet ihr, Deutschrap hat sich zum Negativen oder Positiven entwickelt? Meiner Meinung nach Ist die gezwungene Jagd nach dem nächsten Hit Mancher Rapper einfach nur noch peinlich Viel Spaß beim Podcast Ich feiere das, was ihr macht, sehr Vielen Dank für die Props G-Stillens-Whisk Äh, ich kann deinen Namen leider nicht aussprechen Weil die Vokale fehlen Aber, äh, Taka, was sagst du? Hat sich Deutschrap zum Positiven oder Negativen entwickelt? Man kann das so oder so sehen, würde ich mal sagen, ne? Positiv entwickelt in dem Sinne, dass Hip-Hop jetzt größer geworden ist in Deutschland Mhm Ob es jetzt nur Trap oder Afro-Trap oder sonst was ist, aber auf jeden Fall positiv, dass Hip-Hop jetzt Hip-Hop lebt Mhm Hip-Hop lebt auf jeden Fall Das wird ja jetzt ganz anders angesehen als früher Weil, wie lange ich von Hip-Hop höre, von wo nach wo, wie das gekommen ist, da hätte man nicht gedacht, dass man so viele Platin oder Goldplatten oder Nummer 1 Hits oder Alben sehen wird bei Hip-Hop, also bei Hip-Hop Mhm Wie das früher kritisiert wurde und runtergemacht wurde, jetzt haben die gar keine Chance und sehen, dass Hip-Hop überall vertreten ist und, äh, beenden so, äh, Festivals wie Echo und alles mögliche Mhm Und, äh, ja, ich würde sagen, Entwicklung von Hip-Hop positiv, auch wenn jetzt, äh, zu viele Shisha, äh, Shisha-Hits, also, kommen Trap-Hits oder jeder versucht auf den gleichen Zug zu steigen, würde ich trotzdem sagen, dass das eine positive Entwicklung ist für Hip-Hop, alles mögliche Ja, Mann Würde ich sagen Ja, ich würde, ich würde das auch ähnlich sagen, ich sehe das sowohl positiv als auch negativ Positiv sehe ich den Status von Deutschrap, dass er gewachsen ist und wie einflussreich Deutschrap und generell Hip-Hop in Deutschland ist und geworden ist und wie, äh, ja, es gibt halt, Rap ist überall in allen Bereichen Du guckst Werbung, da ist Hip-Hop, du bist da, da und, also es geht noch weiter, finde ich Aber, äh, so wie es jetzt ist, hätte ich mir vor 5, 6, 7 Jahren niemals vorstellen können, deswegen Sehe ich darin auf jeden Fall nur das Positive Das Negative, was ich darin sehe, ist halt das, was die, ähm, ganzen Künstler damit machen Und die Akteure Dass die halt, äh, sich da nur anpassen und halt dadurch weniger Künstler sind und sich dem beugen und dann nur noch solche Shisha-Café-Singles machen Und halt dadurch halt auch sehr, sehr viele Künstler erst, äh, Künstler erst entstehen, die nur auf Ruhm und Geld aus sind, ne Weil das gibt's hier halt jetzt im Deutschrap zu holen und deswegen gibt's halt viele Leute, die halt zu Hause sitzen und sich denken, ey, ich mach jetzt Musik, weil damit kann ich auf Spotify Geld machen Früher war's halt fast ausschließlich so oder größtenteils so, dass die Musik halt aus Leidenschaft entsteht oder aus Überzeugung oder sonst was Aber in letzter Instanz wirklich deswegen, um Geld zu verdienen, weil man halt früher wusste, damit lässt sich halt schwer Geld verdienen, vor allem in Deutschland Deswegen ist das halt der negative Beigeschmack, aber, äh, das Positive sehe ich halt da drüber und deswegen ist erst einmal gut, dass Deutschrap da ist, wo Deutschrap ist, war Gehen wir mal weiter zu der nächsten Frage und da hat K-Unterstrich Zibbit, ähm, äh, folgendes geschrieben, ich denk mal Exhibit mäßig, ne, K-Zibbit Habt ihr eigentlich das Buch von Kollegah gelesen oder irgendwelche Bücher von Rappern in den letzten Jahren? Würde mich echt gerne interessieren, äh, echt gerne eure Meinung dazu interessieren, ob ihr das cool findet oder nur Geldmacherei Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ich hab Khatars Buch gelesen, bin, äh, bei der Hälfte von Kollegahs Buch irgendwie, äh, stecken geblieben, also hab irgendwie nicht nochmal eine Gelegenheit gefunden, nochmal weiterzulesen Äh, und finde erstmal grundsätzlich deutsche Rap-Bücher interessant, ist natürlich abhängig vom Künstler, also bei Khatars wusste ich es direkt, dass ich mir ein Buch hole Äh, bei Kollegah fand ich halt interessant, was er schreibt, weil es halt so ein Ratgeber war Und, ähm, alle anderen Biografien waren bisher nicht so interessant, als dass ich die lesen wollte Äh, ich glaub, Flair wäre noch so ein Fall gewesen, so im Bus ganz hinten könnte man noch lesen, aber sonst, äh, gab's noch nicht so eine Biografie, wo ich dachte, ja, ich muss da hin, außer bei Khatars jetzt Wie sieht's bei dir aus? Äh, findest du, Bücher sind gut, dies, das, äh, die die Rapper machen, oder Geldmacherei? Ich glaub, Geldmacherei ist das gar nicht, weil so viel Geld machen die mit den Büchern nicht, oder? Ja, kommt drauf an, ich denk mal, so ein Koller hat da, der hat schon richtig gut Geld gemacht mit seinen Büchern Ja Ja, aber ich find das, äh, interessant, wenn die von ihrem Leben erzählen und wenn die viel erlebt haben und die das der Welt preisgeben werden und dass es auch war, was da steht Mhm Dann sollen die das ruhig tun, find ich eigentlich, äh, sehr, äh, positiv Und, äh, von den Rappern halt, hab ich das Buch, äh, von Khatage gelesen Mhm Weil da hab ich auch gedacht, wenn das rausgeht, würde ich auf jeden Fall seine Geschichte auf jeden Fall, äh, erleben, ja, so miterleben Also ich fand das auch, als ich das gelesen hab, dann war ich richtig drin, wie so in so einem Film Ja, ich find auch, da kann man einen Tipp rausgeben, das ist auch nicht schlecht geschrieben und vor allem auch für einen Deutschrap-Fan sehr angenehm zu lesen Also es liest sich wie ein Film eigentlich Ja, deswegen, aber die anderen, so Sachen wie Kolle und, äh, Flair und Bushidos Buch, hab ich noch nicht gelesen und ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch machen würde So, Bushido hab ich ja zum Beispiel in den Film gesehen und nicht das Buch Mhm Ja Aber ich glaub, das Buch, also der Film ist ganz anders als das Buch, glaub ich Ich weiß es nicht, ich glaub, trotzdem sind da, wie die meisten Sachen, mal, im Buch steht mehr, als was im Film wiedergeben wird Ja, und ich glaub auch, ist es nicht wirklich so faktisch, dass du, wenn du jetzt das Buch liest, vieles, was da drin steht, widerlegen kannst, durch die Entwicklung, gerade, mit Arafat, ihm und sonst was Ja Bestimmt in Mephisto stehen jetzt Sachen anders als in diesem Buch drin, deswegen, soll man das Buch noch lesen, ist da die Frage halt, ne? Aber es gibt ja das Hörbuch, glaub ich, auf Spotify Auch was? Ja, ich weiß nicht, gab's ganz früher mal, aber, äh, falls es das geben würde, kann man sich das ja natürlich irgendwie auf Arbeit, auf Kopfhörer geben oder sowas, kann man ja machen Aber, äh, ja, das ist so meine Meinung zu Deutschrap-Büchern, immer her damit, aber ist natürlich vom Künstler abhängig, ob ich interessiert bin oder nicht, ne? Ja, Mann Was wären denn noch so Bücher von Rappern, die du lesen würdest? Manuelsen würde ich lesen Achso, du meinst jetzt allgemein so Ja, weil Manuelsen hat sehr, sehr viel zu erzählen, sehr, 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 sehr viel zu erzählen Ähm, MC Boogie, das sag ich ja immer, MC Boogie muss ein Buch schreiben Ähm Kuz Savas Kuz Savas Ja, eigentlich alle Legenden so, ne? Weil die haben halt viel aus den Anfängen, aus dem Deutschrap zu erzählen, deswegen, äh, da könnten viel, viel mehr, äh, Bücher zustande kommen Und jetzt auch, gibt's halt natürlich auch direkt die Alternative mit Spotify Die können eigentlich alle, so, das, äh, direkt einsprechen und dann auf Spotify knallen Und das wird sich dann eh jeder reinziehen Und das sind dann wieder Streams Und ich weiß nicht, ob man mit so, äh, vorgelesenem Stuff auch so viel verdient wie mit Musik, weil das ist dann ja auch voll gut so, ne? Mhm Ich geb die ganze Zeit Ideen raus, das heißt, ich muss nicht mal mehr für mich behalten Auf jeden Fall, äh, ja, das ist mein Plädoyer zu Büchern Elias.plattner schreibt auf Instagram folgendes Stirbt die Battle-Rap-Szene wahrscheinlich langsam aus Online-Kanäle wie JBB manchen, äh, ich kann nicht mal lesen Machen viel, weniger Klicks und im Streaming-Zeitalter merkt man, dass alles zurückgeht von den Zahlen Äh, hast du generell eine Meinung zum, äh, Internet-Battle-Rap? Also ich glaube, er meint jetzt hier spezifisch diese Video-Battle-Serien, weil Im, äh, normalen Battle-Rap hab ich jetzt nicht so die, äh, Veränderung durch Spotify gesehen, dass jetzt das weniger geguckt wird, also, äh, klar, Rapper Mittwoch gibt's nicht mehr, aber Top-Tee-Takeover gibt's noch und, äh, Diltili und sonst was gibt's ja auch noch alles Aber jetzt bei diesen Online-Battles, äh, à la JBB ist das verständlich, dass das abstirbt oder, äh, sinkt, weil, glaub ich, auch die Turniere nicht mehr so stark oder gut geführt wurden, glaub ich, hab ich's so mitbekommen Hast du da irgendwas zu sagen? Boah, ganz ehrlich Ich, äh, ich, äh, verfolge das ja nicht so krass mit den Battle-Raps, deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, ob das jetzt ausstirbt oder nicht, weil Für mich war sowieso Battle-Rap-Zeit nur das mit Feuer bei Deutschland Mhm Und jetzt bin ich eigentlich nur wieder ein bisschen Hinterher gewesen, als Kollege sein Turnier da eröffnet hat Da, wo ich jetzt auch nichts mehr finde Oder nichts mehr höre, ich weiß gar nicht, ob das noch existiert oder nicht Auf jeden Fall Bin ich, also auf jeden Fall Derjenige, der nicht so viel sagen kann, ob das ausstirbt oder nicht Ich denk mal, die Hallen sind vielleicht noch gefüllt Diese Rap-Fans, die wollen immer noch die Battles sehen Ja Aber vielleicht mit den Klicks, äh, wird das vielleicht ein bisschen weniger Mhm Also bei den Turnieren war es immer gleich Also da ist keine Feindung Aber halt, wenn du jetzt zu Julians Block gehst Äh, kriegst du halt nicht mehr deine Millionen auf deine normale Battle-Runde Weil ich glaub, so krass wurden die Battles dort geklickt Aber ich glaub, der hat da auch irgendwie Scheiße gebaut Und irgendwie eine ewig lange Pause gemacht oder sowas, wie ich das mitbekommen hab Äh, ich glaub, daran liegt das auch groß Äh, zum Großteil Gucken wir uns mal Ich hatte auch gar nicht mehr so einen guten Ruf, ey Was alles so durch die Dings ging, so Durch die Szene, das, was alles so Mit, äh, Julien meinst, ne? Julien und so Kann keiner mehr dieses Turnier ernst nehmen, denk ich mal Ja, das ist auch das Problem Und VBT war schon, Alter, zu der Zeit, wo ich VBT noch geguckt habe, schon, äh, ciao Deswegen lass mal diese Äh, ja, ist das Ende Gehen wir mal rüber, da ist der Kollege Karim Soliman Ey, Shoutouts raus an dich Äh, da haben wir Folgendes, hat er geschrieben Was bedeutet euch die Juice persönlich Und welchen Stellenwert hat die, eurer Meinung nach, in der deutschen Rap-Szene? Was sagst du? Juice Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab mir Zwei Juice in meinem Leben gekauft Zwei Ich hab mir noch nie eine Juice geholt Nein? Ne Das war so im Jugendalter, ich weiß nicht mehr was Aber da war, da waren zwei Juice Einen hab ich geschenkt bekommen, äh, vor zwei, drei Jahren Und, äh, ich glaub da waren EPs drin Bei den, äh, irgendwie Vielleicht sogar Cusavage Sido-mäßig Irgendwie ist Ich weiß nicht mehr Auf jeden Fall hab ich mir zwei Juice gekauft Und dementsprechend kann ich da gar nicht so großartig eine Meinung zu sagen Äh, ich weiß nur, dass halt die Relevanz früher halt viel stärker war Äh, vor allem auch, äh, bezüglich der ganzen Reviews Die da drin standen mit den Kronensystemen und sowas Und davon ist natürlich auch viel inspiriert Was ich heutzutage mache und sowas Aber, ähm, ja Ich hab irgendwie gelesen, du hast geschrieben Dass C-Juice ums Überleben ringt Ist aber auch verständlich, weil Printmedien Im generellen halt, äh, im Aussterben sind, ne Aber wär natürlich schade Ähm, ich weiß nicht Es gibt ja das Juice-Mag Auf YouTube, die sind ja auch ganz, äh, interessant, ne Aber, äh, da kann ich einfach Also, äh, nicht Leser der Juice, äh, nicht viel zu sagen Ich lese auch nichts, also, ich lese ja auch nichts Ne, Magaziner, äh, diese Hip-Hop Bravo Hip-Hop Bravo, jeee Die hatte ich auch ein, zwei Mal Aber sonst, was gab's noch? Was? Ach, als Kind hat man auch Popcorn und Bravo und so eine Scheiße Aber Hip-Hop Der Juice hab ich leider nie gehört, wa? Backspin hatte ich sogar auch Ja, Backspin hatte ich auch nie Backspin auch nicht Ich hab keine Hip-Hop-Zeitschriften gehört Außer Gold, außer Bravo Hip-Hop vielleicht mal ein paar Mal geholt Aber sonst Ich lese mal weiter Äh, er schreibt noch weiter Ich persönlich liebe die Juice Selbst in Zeiten, wenn ich Deutschrap gerade nicht so sehr feiere Kein anderes Medium No Front Jungs Widmet sich mit so viel Reflexion und Stil der Kultur Als Ganzes wie die Juice Für mich wäre ein Ende der Printausgabe wirklich schade Also ich vertraue da voll auf dein Wort Ich kenne den Karim ja Und würde da auf jeden Fall seine Worte einfach unterschreiben Weil ich glaube, sein Urteil wird da schon richtig sein In dem Bereich Er ist ja auch gelernter Journalist, diese Miese Aber ja, ist dann scheinbar doch eine sehr wichtige Sache Und da würde ich dann auch nochmal den Ausruf starten und sagen Ey, die Juice ringt ums Überleben Macht mal da dieses Support Die sollen noch beim Leben bleiben Am Leben bleiben Ist ja ein Stück deutsche Rap-Kultur Sollte nicht aussterben Muss dann da bleiben Da haben wir als nächstes den Eugen1501 Er fragt, was macht ihr beruflich? Wollen wir das verraten? Ne, ne, muss man nicht Muss man nicht Ne, ist doch Internet, Mensch Hier geht es um unsere Arbeit hier auf YouTube, Mensch Straßenapotheker Ne, da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf spielen Und in den Kommentaren mal ein paar Berufe raushauen Da haben wir den Spelltox Er schreibt folgendes Wann kommt die Katalia-Challenge? Was sagst du, Taka? Wann kommt die Katalia-Challenge? Die Katalia-Challenge kommt Wenn Katalia nochmal auf 1 startet Ja, wenn die nochmal auf 1 startet Dann kommt die Katalia-Challenge Ja Nein, ganz ehrlich Ich hatte nicht die Zeit Liegestütze zu machen Und das Ding ist jetzt auch so Katalia-Dings, das Lied Ist sie noch in den Schatz? Bestimmt noch, ne? Ja, safe, aber nicht mehr vorne Aber okay, ich dachte jetzt mir so Der Hype ist vorbei Du warst zu spät, Mann Du hättest es in der Woche, wo das auf 1 war Hättest du das machen müssen Der Hype ist schon so tot Da ist es nicht mehr interessant Wir finden noch irgendeinen anderen Song Wo ein Wort oft vorkommt Finden wir Und im Zuge des Releases Machst du dann diese Challenge Oder wie viele Liegestütze waren das? Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Ich glaube, das waren auf jeden Fall irgendwas Wenn wir die Summe rauskriegen Du gehst doch jetzt immer in den Gym Da kannst du ja auch da einfach die Liegestütze ohne den Song machen Ist so, stimmt Ist so, machst einfach so Diese Wiedergutmachung Da haben wir noch den Phoenix 5555 Schreibt folgendes Gibt es für euch Produzenten in Deutschland, USA Bei denen euch die Beats überhaupt nicht gefallen Beziehungsweise nicht mehr gefallen Eine sehr, sehr gute Frage Ja, aber ich kenne die Leute Ah, du kennst die leider nicht Das ist ja natürlich Produzenten-Talk Ich bin natürlich Produzenten-Talk Mich würde Gürtel Gürtel Mich würde grundsätzlich mal wirklich interessieren Wie viele unter euch sind so wie ich Und wenn ihr Tracks hört Und die feiert Müsst ihr direkt alles darüber wissen Wer hat den produziert Wer hat den gemischt Wer hat den gemastert Und sonst was Das würde mich wirklich interessieren Weil ich will Und ich finde Es sollte auch so sein Dass die ganzen Streaming-Plattformen Auch die ganzen Credits angeben Und ich nicht Irgendwelche Großen Recherchearbeiten Machen muss Nur um herauszufinden Wer diesen Track gemischt hat Also So ist die Sache bei mir Deswegen jetzt auf jeden Fall Wir können jetzt hier nicht mit Namen rumwerfen Aber vielleicht kannst du einsteigen Sobald du einen Namen hörst USA-mäßig feiere ich glaube ich Ich finde Dings ist ein bisschen überbewertet Zathoven Der macht viel Future glaube ich Ich finde den immer so ein bisschen uninteressant Und vor allem finde ich das Da vor allem sehr schade Weil er Ich glaube Pianospieler ist Oder Keyboardspieler Dafür sind die Beats relativ simpel Dann finde ich Also das heißt nicht Dass Zathoven trash ist Aber es gibt halt sehr viele Beats Wo ich mir denke Okay Der wird so heftig gefeiert Aber in Deutschland Überlege ich jetzt mal Ich will jetzt keinen dissen Er hat nur gefragt Nicht gefallen Ja Alter Das ist jetzt doch Voll die schwere Frage Mir fällt da sonst Mir ist nur Zathoven Jetzt direkt eingefallen Und in Deutschland Gibt es Gibt es da irgendeinen Überbewerteten Produzenten Auch so ein Rapper Der Beats macht Wo man denkt Muss man nicht Ich finde jetzt fällt mir Ein Ami Rapper ein Der seine eigenen Beats macht Russ ist sehr überbewertet Und hält viel mehr von sich Als er eigentlich machen kann Klar kann er Beats und Hits machen Aber das sind jetzt keine Beats Womit du Rauslaufen musst Und sagen musst Ich bin der größte Präsident Präsident Produzent Und mach die größten Hits Also Russ Macht eigentlich Beats Da hast du Sample Da hast du nackte Drums Und dann vielleicht Percussions Und das war's Also der macht nicht so aufwendige Beats Aber was gibt es denn noch Alter Russ Und Zathoven Die fallen mir jetzt gerade ein Falls mir irgendwann wieder welche einfallen Werde ich noch welche rausschießen Aber ja Ich hab auch mehr Bock auf Produzententalk Und wie gesagt Schreibt in die Kommentare rein Falls ihr seid wie ich Und auch direkt alles in Erfahrung bringen müsst Da haben wir als nächstes den G-W-Me-Mor Achso G-Wi G-Wi-Mi-Mor G-Wi-Mi-Mor Okay G-Wi-Gi-Mi-Gi-Mi-Nel Er schreibt folgendes Denkt ihr, dass Künstler wie OG Kimo 2019 noch eine Chance haben Richtig groß zu werden Und wenn ja Wird es ihnen in dem Fall gut tun oder nicht Ich glaube ja 2019 wird ein Künstler wie OG Kimo groß Und ich glaube mit der Zeit Wird das Verlangen immer mehr und größer Nach solchen Künstlern Was sagst du? Also die wirklich lyrisch rappen Geil rappen Und Technik haben Und trotzdem noch einen geilen Sound haben Und Hits auch machen können Aber trotzdem Erstmal der Bestandteil Lyrik steht Und weil das ist halt An viele Ecken nicht so Was sagst du? Jetzt Bezogen Mein Gehirn Bezogen auf OG Kimo Ob er 2019 Mehr Hype bekommt Oder generell Künstler wie er Also die sehr lyrisch vorgehen Ja doch Dann auf jeden Fall Bin ich auch auf deiner Meinung Das passt dann schon auf jeden Fall Dass die dann Angesehen werden Wegen Textlichen Kräften Textlichen Stärken Und so Würde ich dann auch so sagen Aber ob das unbedingt OG Kimo ist Das weiß ich nicht Ich denke mal bei OG Kimo Wird das noch sich so Halten wie letztes Jahr Wirklich Also ich hätte jetzt gedacht Mit Forward Und alle Rapper haben darüber geredet Es wurden sogar Artikel Darüber geschrieben Wie krass technisch Diese Parts sind auf Forward Also da ist jetzt so viel So viele Augen sind jetzt Auf den drauf Er ist bei Chimperator Und Also ich hätte jetzt das Gefühl Wenn Einer von diesen Lyrikern Oder Lyrikern Groß wird Dann ist er so dieser Typ Und wenn Lyrischer Rap Dieses Jahr groß wird Dann wird er mit ihm Dieses Jahr groß Ja Da bin ich mal gespannt Gucken wir mal jetzt Jetzt geht's los Countdown left OG Kimo OG Kimo Da haben wir als nächstes Den Luan ZH 2001 Schreibt folgendes Auf Instagram Findet ihr das Produzenten Zu wenig Aufmerksamkeit Und Ansehen Für ihre Arbeit bekommen Jeder weiß Wer gerade rappt Aber oft wissen viele Nicht von wem der Beat ist Obwohl der Meinung nach Fast genau Obwohl der meiner Meinung nach Fast genauso wichtig ist Wie der Rap selbst Außerdem würde ich mir wünschen Dass mehr Rapper Für ein Album Mit einem einzigen Produzenten Zusammenarbeiten Weil dadurch oft Ein einheitlicher Sound Erschaffen wird Und ein rundes Werk Entsteht Wie seht ihr das? Vielen Dank für deine Frage Und sehr ausführlich Ausgeführt Also ich finde Dieses Von wegen Produzenten Brauchen wir Aufmerksamkeit Ist gar nicht mehr so Schlimm wie früher Also das muss man Gar nicht mehr so Groß Schreiben So nach dem Motto Ey Gib den Produzenten Hack Weil in jeder In jedem Videotitel Steht doch jetzt Der Beatmacher Also die Credits Werden da gemacht Spätestens dann In der Videobeschreibung Und deswegen glaube ich Dass die Produzenten Gar nicht mehr so Unglücklich sind Inzwischen in der Deutschen Rapszene Weil die auch Gema-technisch Bestimmt gut verdienen Durch Spotify Und deswegen Ist auf jeden Fall Glaube ich Die Zeit jetzt Sehr vorteilhaft Für einen Produzenten Im Bereich Deutschrap Also so sehe ich das Und das von wegen Dass ein Produzent Mit einem Rapper Ein Album macht Finde ich geil Und ich finde auch Das sollte So gut wie jeder Rapper Mit einem Album Mindestens machen Weil es einfach so Als Künstler ist Interessant ist Mit einem Produzenten Dann halt so was zu machen Mir fallen auch Sehr gute Alben ein Jetzt gerade Die so entstanden sind Wie hieß das nochmal Separate Ein guter Tag zum Sterben Ist einer meiner Lieblingsalben Übrigens Ist auch In Zusammenarbeit von Separate und Monroe Entstanden Oder auch Ja Es gibt viele Das war jetzt nur ein Beispiel Ich feiere das auch sehr Und Aber es sollte nicht Nicht immer so sein Weil Umso mehr Leute Daran arbeiten Umso variabler Wird der Sound Würde ich auch sagen Dann haben wir als nächstes Oder hast du noch was Zu den Produzenten Nö Eigentlich würde ich nur sagen Dass beim Album Dass die dann Hört sich echt besser an Wenn man Mit einem Produzenten Alles zusammen konstruiert Finde ich Weil dann sitzt man zusammen Man hat einen Plan Und dann Arbeitet man zusammen Und der Sound Klingt dann auch Komplett dann Halt von vorne bis hinten So wie es sein soll Also wie ein Paket Und nicht dann Dieser Track war Bei dem Produzenten Dann wurde so gemacht So, so, so Das, das Das ist schon Eine Sache Die würde ich auch dann sagen Besser bei einem Produzenten Ja Aber auch die Erfahrung Machen mit mehreren Muss man auch Muss man auch Mal Album so Mal Album so Mir ist gerade noch Ein Album eingefallen Angst von Lenz Budd Das ist auch komplett Von A zum J produziert Und Hack von Saeed Und Brank Sinatra Auch komplett Brank Sinatra Ne Blood Blood is on the dance floor Schreibt folgendes Auf Instagram Hey Teddy Ich wollte einmal fragen Was euer Lieblingssong Von Palmas Plastik 2 Und Lieblingsdeutsch Rap Song Vor 2018 ist Außerdem würde ich mich Würde mich Interessieren Was ihr von Post Malone Haltet Und Zul Kings Mucke Mucke feiert Mein Gehirn ist Ciao, ciao Liebe Grüße Tonjas Cosio Liebe Grüße zurück Tonjas Was sagst du Liebe Grüße Bester Song Auf Balmen aus Plastik 2 Bester Song Nein Also nein Bester Song Boah Was ich hier anhört Ich gucke mal auf die Tracklist Ich glaube entweder Ich bin jetzt Ich habe MDMA am Anfang sehr gefeiert MDMA oder Oder Ne Die Taschen vor mit Geld Wegen Kokain Nein auch nicht 500 PS Nein Prominent Ist voll schwer bei dem Album ohne Witz Weil die alle so das ähnliche Risiko Das feierst richtig krass Ja Risiko 100 ist geil 100 ist geil 100 ist auch geil mit Trettmann Alles gut genau so wie es ist So viel Kuck Ich Mache Kohle Doch Kohle nicht mich Mein Style Mein Style Immer frisch MDMA oder Risiko Ist so unterdrückt Auch geil Aber Nein ist auch sehr geil Ach ich sage jetzt hier für das Video 100 weil ich die Kombo aus Rough Bones und Kitsch kriege So far Und Trettmann natürlich Ich sage MDMA Er hatte auch noch gefragt Was unserer Lieblings Deutsch-Rap-Song 2018 ist Ich verrate es natürlich nicht Weil ich es dann über meine Top-Liste Diese Woche verraten werde 2018 Bester Track Wenn du an 2018 denkst Welcher Track kommt in deinen Kopf Sofort Ich habe die jetzt eher Ich weiß nicht warum Aber ich habe an VVS irgendwas gedacht Ich sage sofort an 40k 40k Meinem Arm Ey 40k Meinem Arm Ey Obwohl das Wenn ich jetzt Dann richtig recherchiere Und alle Tracks Dann wird das bestimmt nicht auf 1 gehen Aber jetzt sogar auf die Schnelle Das habe ich richtig rauf und runter gehört Oder du müsstest was von Wolke 7 nehmen Weil du ja Wolke 7 auf 1 hast Ja Welches Ding gefangst du denn da am besten Was hast du gedacht Warum bist du nur so Ja siehst du warum Warum das Oder Dings Aber das war ja keine Single Doch das ist jetzt ein Single Was ich erwähnt habe Ja Ja Äh Äh Hier Kokain Nö das ist mein Lebenslauf Kokain oder Kokain Also ja stimmt Das ist mein Leben Meine Seele Äh Half Time Ja Aber das ist ja keine Single Stimmt Deswegen 40k Dann fragt Tonjas noch Was hältst du von Post Malone Ja Feierlich Guter Künstler Sehr guter Künstler Aber ist halt kein Hip Hop Künstler Und wird Ist jetzt auch bei den Grammys rausgenommen worden Bei den Rap Kategorien Und wird jetzt dort gelistet Wo auch alle Pop Artists gelistet werden Also wenn er einen besten Song hat Wird er jetzt gelistet bei Best Pop Song Nicht mehr Rap Song Finde ich auch korrekt Weil er rappt eigentlich null Der ist nur am singen Und äh Aber der macht gute Gute Pop Alben Die ich mir gerne reinziehe Und hat halt diesen Diesen Äh Geilen Misch aus Pop und Hip Hop So ne Deswegen Nein Und Rock auch so Rockstar ist äh Vielleicht Amerika technisch Der Song des Jahres Ach ne war sogar Im Jahr davor ne Aber ist ja auch egal Ich glaube wir haben alle Fragen beantwortet Die ihr mir hier In dieser Zwischenzeit Auf Instagram so gestellt habt Deswegen würde ich mal sagen Wir kommen jetzt zum Outro Und machen mal den Sack zu Wie der Arzt Wenn ein Mann Zum Krankenhaus fährt Nachdem er seine Eier aufgeschnitten hat Der war so schlecht Aber auch egal Äh Hast du noch ein Fresh of the Week Oder ein Lash of the Week Ne ne so spontan Fresh of the Week HB Ich geb dem Medusa Medusa Niko Nuevo Featuring Oleg Sech und Sami Kriegt von mir Ein Fresh of the Week Ist ne sehr maue Woche Nicht viel los gewesen Aber der Track Ist auf jeden Fall herausstechend Für die erste Kalenderwoche 2019 Hast du ein Fresh of the Week Wenn man einmal hochscrollen würde Würde ich dann wissen Warte mal Ne Ganz ehrlich Fresh of the Week Gebe ich einfach nur An Shireen David Weil sie die Beste im Game ist Ja ich nehm einfach Dings Capo Nemo Featuring Yuyu Ah Lambo Diablo GT Für Fresh of the Week Dass sie sozusagen Zum Platinerfolg Jetzt einfach ein Remix rausgekommen haben Ja man Das würde ich sagen Und Lash of the Week Wer ist bei mir Capital Ne Joker Oh das heißt Wir haben Favourite Auch ein Paket Achso Ja Favourite Sorry Das ist ein Favourite Favourite Ist auf Favourite Ist auf Lash of the Week Von mir kriegt Lash of the Week UFO 361 Für diese Angetäuschte Aktion Das ist aber Lash Alter Komm bleib mal erstmal ruhig Mach deine Pause Und komm dann erst wieder Deswegen Lash of the Week Für UFO 361 Und an dieser Stelle natürlich ein bisschen Werbung auch für uns Wir sind auch im Social Media Game unterwegs Und dort findet ihr uns unter anderem auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter Mein Ad Name ist Teddy Films T-A-D-Y-F-I-L-M-S Wie heißen sie im Social Media? Takamania 88 T-U-C-K-E-R-M-A L-I-A 88 Ja man Und da ist mir erst aufgefallen Dass wir natürlich erst einmal die Playlist Picks nennen müssen Mein Gott, was ist denn los hier? Neues Jahr, neues Glück Und direkt ein bisschen durcheinander hier Naja Was ist denn dein Playlist Pick? Sag mal Mein Playlist Pick ist G-Love Reaching Savas Eko Fresh JJ Das ist ein J G-Love Ja man Nicht G G-U-N-E Da war ich Eko Fresh und Illmatic mit Du weißt das Ne D-U-T Dreckig und tight Hey Dirty Baby Du weißt das Ey J-Love Ja J-Love will wieder J-Love 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 will irgendwie Lassen wir das Thema lieber Komm wir kommen zu meinem Playlist Pick Und da habe ich Pusha T mit Numbers on the Boards Wieder ein Ami Pick Und wieder eine Kanye Produktion Ihr denkt bestimmt Ich bin der heftigste Kanye Fan Bin ich auch Aber ich habe keine Ahnung Immer per Zufall Ist da irgendwie Kanye West immer mit drin Aber Pusha T Numbers on the Boards Hat so einen untypischen Beat Der trotzdem übertrieben abgeht Und Pusha T Flex da gut Gutes Gute Guter Rap Track Auf dem My Name Is My Name Album Zieht euch das rein Und jetzt in der besten Playlist meines Lebens Könnt da folgen Unten in der Beschreibung Findet ihr die Links dazu Folgen und Spaß haben Folgt uns wie gesagt Auf Instagram und Twitter Insbesondere auch der Fresh or Lash Seite Auf YouTube abonnieren Und auf Instagram auch folgen Denn jetzt mit diesem neuen Jahr Startet es Das riesen Projekt Fresh or Lash In Kombination mit Der beste Podcast meines Lebens Und allem anderen Was auf meinem Kanal stattfindet Ich werde das Ganze noch Weiter ausführen In einem Video Und erklären wie alles abläuft Aber zukünftig wird es so sein Dass wir eine Freshlist Eine Lashlist Im Bereich Singles und Album Haben werden Die wir dann fortlaufend Im Jahr führen werden So dass wir unsere eigenen Charts Quasi haben Deswegen Hier der Ausruf an euch Und an jeden den ihr kennt Der irgendwie Deutschrap Interessiert ist Und auch eine Meinung Zu dem Ganzen hat Das vergrößert das Ganze Natürlich Und macht es noch Repräsentativer Die Zahlen sind besser Dies das Deswegen macht da auch Ruhig Haut da eure Kollegen an Und sagt da Ey ihr könnt da mitmachen Da haben wir unsere eigenen Charts Das wird eine Top 30 Bei den Singles Ich lasse lieber die Details Weil ich die gerade Nicht ganz im Kopf habe Aber es wird eine Top Eine Freshlist Und eine Lashlist Im Bereich Album Und Singles geben So Das ist erstmal genug Information Deswegen folgt alles Rund um Fresh or Lash Um alles mitzukriegen Und uns natürlich auch Im Social Media Bereich Befolgen So jetzt haben wir es geschafft Mein Gehirn ist überstrapaziert Sonntagmorgen Ich muss jetzt Pause machen Bitte euch natürlich Da nochmal euch Einen Daumen hoch zu geben Unter dieser Episode Auf YouTube Und auch Wieder neue Fragen Unter der Ausgabe zu stellen Damit wir genügend Fragen Für die nächste Woche Haben wir Haben sie noch was zu sagen Taka? Ne Alles cool Alles fresh Dann würde ich mal sagen Wie gesagt Die Top Listen gibt es diese Woche Vor der nächsten Episode Keine Sorge Ansonsten sehen wir uns dann dort Das war die 15. Episode Von der beste Podcast meines Lebens Mein Name ist Teddy Mein Name ist Taka Und wir sind raus Haut rein